Liebe Menschen zu God of War, Ragnarack. Ich spiele weiter mit Kratos um sein Leben und das seines Sohnes in einer Welt voller Götter, die alle nichts besseres zu tun haben, als uns auf den Sack zu gehen. Deswegen müssen sie die Axt genau hier reinkriegen. Einmal auf, Hirn raus, Fuß drauf. Das ist Kratos. Und darauf freue ich mich jetzt. Es geht weiter mit seinem Sohn. Und wir sind gerade, wir haben gerade ein paar Aufgaben, ein paar Nebenaufgaben gemacht. Jetzt sind wir nach einer sehr interessanten Sequenz mit dem Sohn Atreus, sind wir jetzt in einer, erst dachte ich, es wäre ein Traum, aber es ist wohl, er ist einfach fremdgereist, er ist quasi traumgereist und befindet sich in Eisenwald. Das ist ein Ort, der angeblich gar nicht existieren soll. Hallo Untermann, schön, dass du da bist. Und in diesem Ort trifft er eine Frau, die ihm hilft und ihm auch mehr oder weniger suggeriert, dass ihre Aufgabe hier jetzt zu Ende ist. Er hat ein Schicksal gelesen bekommen, gezeigt bekommen, dass er nicht akzeptieren will, nämlich, dass sein Vater sterben wird. Und er zusammen mit Odin, dem alten Lachs, irgendwie zusammenarbeitet. Jetzt also der offizielle Sohn von Odin wird oder so. So, das ist das Setting und jetzt sind wir noch bei einer letzten kleinen Mission in diesem Areal und dann geht es weiter, nehme ich an, mit Kratos und anderen Schnätzeleien. Aber ich mache kurz erstmal den Green hoch, eine Sekunde. Ja, ihr habt völlig recht, es ist zwei Uhr, halb drei schon fast und ich sitze hier immer noch in der Jogginghose. Das ist das Leben, B****, das ist das Gaming-Live. So eine coole Gaming-Live, die er hat. Dieser Simon Kretschmer, mit seiner... ... sitzend in seiner Unterwärmung. Vor der TV und Gaming, griechische und nordische Mythologie. Ich muss aufhören. Grüße an Mr. Game & Scout. Ich bin jetzt direkt im Spiel, es geht direkt weiter, jetzt werde ich erstmal nicht mehr reden können, denn das Spiel saugt einen auf und lässt einen nicht mehr entfliegen. Es ist einfach zu gut für diese Welt. Ich habe das. Alter, ich hau die so kaputt, man sieht die gar nicht mehr. Weil ich immer meinen Spinat esse morgens. Und auch, weil ich nie zufrieden bin mit dem Kampf. Ich will immer noch mehr. Und das bekomme ich. Ach ja, sie kann ja auch noch helfen. Sollte ich vielleicht auch nochmal mehr machen. Alter, diese farbenfrohen Säurespratzer. Wenn wir in der Gryla gehen, bitte, nicht etwas drastisch. Warum? Sie ist meine Grandmother. Was? Sie war nicht immer so. Und sie hat gelernt, dass mein Vater nichts tun würde, um seine Feuze zu verabschieden. Sie hat... ...eine verabschiedet. Ich sehe. Danke, Daniel! 90471. Du hast es hierher gefunden. Damit bist du... ...sehr vielen Milliarden Menschen schon mal eine Entscheidung voraus. Hä? Was, wo? Man, man sieht hier doch nichts. Mach doch mal eine Fackel an. Ähm... Ist das wie einer von diesen Trennen von vorhin? Vielleicht kannst du einen Platz finden, um zu schießen? Ja! Nee, nee, nee. Ich muss hier... ...dat Ding... Ach, okay. Ja, klar. Oh, guck dir die an. Da fliegt die... ...Blattfee. Kannst du nichts auf der anderen Seite sehen? Schaut. Danke, auch Flashbasher Zero. Flashbasher Zero. Ich begrüße dich. Wolfer! Wolfer! I got your back! Shit! Ah, ein Ticken zu spät weggegangen. Ah, endlich! Der war jetzt wichtig, dass ich den kille. Weil die anderen sind nicht so schlimm. Der war jetzt nicht so schlimm. Der war jetzt nicht so schlimm. Danke auch, Chinjo! Oh! 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 Pass doch auf! Oh! 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 Oh, dieses Vieh! Oh! 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 Soll es, glaube ich, auch mal so sein. Aber mit ihr gibt es ein paar sehr dunkle Missionen. Das meine ich nur... ...videobasiert. Obwohl die Inhalte... Nö, eigentlich sind ihre Sachen schon sehr... ...grundsympathisch, die Themen. Außer halt die Tatsache, dass der Vater sterben wird. Aber irgendwas ist ja immer. Ist das so perfekt? Jetzt ist ja das Ding gar nicht mehr da. Ah, okay. Ja, nimm das praktische Schild weg. Ah. Hör mal, wo bist du denn? Oh Gott, oh Gott. Hm. Okay. Also mich irritiert ein bisschen das Dunkle. Und, äh, ja, die komplett fehlende Orientierung, wo man denn eigentlich hier was machen soll. Okay, hier bin ich hergekommen. Da war die Kiste. Vielleicht muss man hier auch gar nicht weiter. Vielleicht war hier auch nur die Kiste und ich muss zurück. Nee, ist einfach ein neuer Raum. Oh, oh Gott. Ja, aber er hat schon recht. Also sie sagt, man kann es nicht verhindern. Gleichzeitig verbietet sie mir aber hier Risiken einzugehen. Also was denn jetzt, Mädels? Ist es jetzt eine feste Zukunft oder nicht? Du musst dich entscheiden. Ja, das ist ganz geil, ne? Ist die Küche eines Riesen. Einer Riesin. Almost got it. Ja, das ist die Küche. Ja, das ist die Küche. Ich denke, ich kann etwas hören, neben der Kälte der Kälte. Ich auch. Ich kann nicht hören, ihre Sprache. Okay, den kann man sicher noch verdrehen, den Kran mit dem Haken. Dadurch, dass wir so klein sind, wirkt das alles ein bisschen wie grounded. Noch irgendwas? Nee. Ah, okay, ich muss ja wahrscheinlich jetzt von der anderen Seite, wo das Fass eben noch war, mal gucken und dann auf das andere Fass ballern. Ja, easy. Sieh, hundertmal schon gemacht. Immer noch nicht ausgestellt. Ich kann nicht fühlen, nichts. Ja, wie die andere. Sie hat es, Sol. Es ist nicht mehr, was wir tun können. Holden das. Was bist du... Du hast nicht einen Lieblingsforsitzenden Geist, hast du? Ja, soll ich jetzt helfen oder nicht? Nein. Ich weiß eigentlich nicht, wie das in die Schlange abgeben. Da gehts. Ne. Weg, ja. Weg, ja. Weg, ja. Weg, das ist es? Wo geht es? Das funktioniert? Ich weiß nicht. Hier. Aber du hast bereits gebeten? Sie sind deine Verantwortung. Es ist nicht das. Es ist nicht. Ich... Ich... Ich denke, sie sind besser mit dir. Loki... Ist dir sicher? Komm, Atreus. Ah... Sehr wichtiger Moment. Er hat nämlich jetzt keinen Bock mehr auf seine Loki... Auf sein Loki-Schicksal. Denn das beinhaltet ja, dass sein Vater sterben muss. Und das will er nicht. Und deswegen hat er jetzt plötzlich... Ist die Liebe erkaltet zur nordischen Mythologie. Finde ich gut gemacht. Einfach mit diesem Namensding. Das haben sie ja über Jahre, über Stunden vorbereitet. Und jetzt... Kriegen wir endlich die Belohnung. Kratos hat das schon immer gewusst. Du bist Atreus! Mein Sohn! Und das ist alles, was du bist! Das war... Kratos... An einem gut gelaunten Montag... Nachmittag. Wir müssen die Tür öffnen. Ich habe es. Herr, du kannst du mit, was du nicht zu sagen. Es ist größer als es sieht. Lass uns du... Nicht ungewaltig! Awww. I'm not a soul to anybody. It's just a vessel for pain. I damn near envy you. Okay, the cauldron. Without it, she'll have no use for the souls. I'll distract her, you free the wolf, then we break the cauldron. You sure? No. But we can't hide forever. Go. Come over! I told you, never to come back here! That's right, look at me! There are so many things I forgot. And you refuse to be one of them! It doesn't have to be this way. If Ragnarov is coming, wouldn't you rather face it together? What could you destiny ever do for everybody? Oh, the arme Hund, ey! I was Wolf, Aber, man, man, warum krieg's die Wolfe hier immer ab? Oh, wie geil, ey! Oh! Get out of my house! Don't here, follow me! This way! That's right! Run! Up this way! There's a way back to her kitchen. Where are you? You sure you want to go back there? I told you, we have to! I can hear you! Over there! You have to destroy that cauldron! Can you swing across? From here? Where'd you go? Hm? Are you hiding? Okay! Mag it kaputt! Au! Die watscht einen aber ganz schön fies, ey! The superior of your nose! Here in my humble home. Having a bit of fun before your father croaks. Mann, das ist gar nicht so einfach. Alter, was für eine Sau hier. Hör mal auf, so über meinen Vater zu reden. Alter, was für eine Sau. Alter, was für eine Sau hier. Ja. Ja, ich mach doch. Ah, so. Ja, toll. Okay, da hätte ich. Ja, das war ein Fehler. Ja. 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 Stinder, schnau die Kaltrigen! Ah! Was habe ich mit dir gemacht? Was? Oh shit! Da wollte ich hin, jetzt kommt's! Nein, 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 nein! Oh shit! Alter, was der an Fliegerei aushält! Der kriegt hier, äh, der hat hier Vielflieger, äh, Bonus. Meilen, ganz schön Meilen gesammelt hat er. Ja, der Seeleneimer ist im Arsch. Ja, der Seeleneimer ist im Arsch. Was hast du gesagt? Ich habe dich gesammelt. Ich habe dich gesammelt. Ich hätte dich gebrochen, nach den Wolken, nachdem ich dich aus der Mutter rausgebracht habe. Geht raus! Ich habe nur... Geht raus! Nein! Geht raus! Geht raus! Geht raus! Geht raus! Du möchtest, dass du mit deinen Eltern sterben möchtest! Vielleicht waren das die Wölfe! Willst du gehen? Das war eine lange Zeit. Wir werden zurück, als wir auf den anderen Seite erreichen können. Dann... Das ist zwei aus drei. Atreus. Rass mich! Komm schon! Ich sehe, was du machst. Du wissen, dass du eine Re-Match nach dem letzten Mal hast. Und ich empfehle. Um... Der letzte Mal, ich verletzte dich. Ich bin ziemlich sicher, dass es ein tie ist. Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht. So, prove mich falsch. One, two, three, go! Fine. You coming or what? Ah, unfair! Oh nein, du nicht! Oh, ist das geil! Geili! Ahuuu! 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 Die bescheißt schon wieder! My Supernose ist viel besser als das. Nicht zu beobachten! Komm, komm! Du bist nicht zu verletzt, oder? Nein, du nicht! Voll die unendliche Geschichte-Vibes hier irgendwie. Nicht nur wegen Atreyu als Name, sondern auch... Weil dieses, ne? Irgendwie erinnert es an du. Äh, unendliche Geschichte. Auch wenn's nicht viel mit Huko und so zu tun hat. Aber ein bisschen erinnert's dran. Ja, du hast knapp gewonnen, aber beschissen. Arbeit für's? Du hast einen Magik-Fox den ganzen Weg! Floki... Er... Atreus. Danke. Ich bin sorry, sie war so hart auf dich. Me too. Well... I suppose you're ready to get home now. I'll meet you by the shrine when you're ready. Do I have to leave? Not if you don't want to. Your prophecy was less clear on when you have to go. My prophecy. Da gucken wir sie uns nochmal an. Vielleicht hat sich ja was getan. Nee. I still don't believe it. Do you? I can't. I think I'm being stupid. I think... You care for your dad so much. You can't conceive of a world where you let him get hurt. Die einzige... Also die einzige Art wie Kratos stirbt, ist wenn er sich opfert für seinen Sohn. Das ist das einzige was möglich ist. Den kriegst du nicht klein. Der ist wie eins von diesen ungepoppten Popcorn Maiskörnern. Das kriegt ihr nie wieder zu Popcorn. Es bleibt für immer Mais in eurer Tasche unten drin. えっ... Lofe? Meine Mutter? Ich wünsche ich nicht. An sein Kind? Ich war es nicht entfernte, aber... ich weiß wie es fühlt sich ehrlich zu에서는. Es verlieren die Eltern. Sie verlieren die beiden. Your mother may be gone, but your father, you've still got time to say goodbye. I know what you're trying to say, and I appreciate it, I do, but I don't know. We've got to be more than a bunch of stories with our endings already written. What happens to you now? I don't know. You know, like I said, once you're gone, my part in this is over. So, you know, feel free to stay. I think your part is as big as you want it to be. Yeah, man. Hör doch mal auf den Typ. Der hat Ahnung. Du äumelst seit Jahren nur hier in dem Gemüsebeet rum. Der Typ ist rumgekommen. Lass dir doch mal was erzählen. Du malst den ganzen Tag nur. Macht mich wahnsinnig, wie die es einfach akzeptiert. I can't. I can't just sit back and let my dad die. I gotta get back. Okay. Huh. Stars here are different. No. Das knutscht doch endlich. I'm gonna see you again. Sure. Okay, now. Close your eyes. And hold that tight. You don't want to lose it. Home. Think of it. Repeat it. Home. 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 Like that? Oh, no. Ach, das ist die alte Hütte. Das ist aber nicht schlimm. Da ist doch auch ein Teleporter. Schnell wieder zu mit der Tür. Ey, nein, nicht die, nicht hier. Die Mutter, das Mutter-Ei. Andere Hütte. Andere Hütte. Andere Hütte. Andere Hütte. Das mag der Atreus. 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 Hahaha, ich bin wieder da. Ja, dass er das nicht erzählen darf, ist natürlich ein derber Downer. Das ist ein ganz schöner Debbie Downer, weil das ist ja die eine wichtige Information, die Kratos vielleicht gebrauchen könnte. Oh, wie geht's euch eigentlich? Alles gut? Also, dass man hier jetzt keine Optionen eingeführt hat, um denen mal irgendwie den Kopf zu streicheln, das finde ich nicht gut. Ja, aber jetzt gönn dir doch mal ein bisschen Exkursion. Ne, ich darf einfach nicht. Okay. Was war hier nochmal? Ne. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass hier noch irgendwo was Geiles einzusammeln ist. Aber nein, es soll wohl... Kann ich hier nochmal in der Hütte? Ich habe vielleicht noch irgendwo meine Pokémon-Karten hinten unter dem Bett. Ah, ist doch eine gute Hütte. Ist doch wirklich so. Feuer gefährlich, aber angenehm. Mann, da ist nicht mal was versteckt. Hinter der Hütte, das ist auch eine gute Idee. Ne. Ne. Ach, ich vermisse Fenrir. Okay. Dann machen wir das mal. What were you thinking? Ha 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 ha, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. For two days. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Warum bist du hierher gekommen? Lohan. Duhst du Todes? Nein, nein. Dann warum? Geht nicht. Darf ich nicht sagen. Ich bin fucking Kratos. Ja. Ja. Metze. Schnetze. Oh, ich will, äh, genau. Das wollte ich machen. Mach es! Oh nein! Fuss! 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 Ah, geht nicht! Mann, man kommt ja gar nicht dazu, seine coolen Moves zu zeigen! Und das alles vor meinem Sohn! Lass mich doch mal ein bisschen pausen! Mach du das mal ein bisschen, Sohn! Ich geh mal in die Ecke! Nein! 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 Ja, gleich nochmal! Ah! Mann, diese eine Scheiß-Move! Ah! 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 Oh nein! Hauen! Hauen! Kathos, wir haben doch drüber gesprochen! Einfach immer zuhauen! Mann, nein! Ja, ich weiß, ich weiß, du hast ja recht. Es reicht einfach nicht, die Zeit reicht nicht. Warum hast du nichts gesagt? Au. Was? 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 Every agony. Every violation. Imaginable. Nooo! Trash! You do not want this! Call your mind! Patrol it! Nooo! She was our friend. Atreus. Atreus. Reformed. No. No! 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 Maybe. For the moment. You're of more use to me. Alive. Atreus. Atreus. Home? Really? You will tell the truth when I return. I must set things right. Ahem. We'll take them. Oh. Your majesty. A pleasure to see you again. Brodifer. Hahahaha. Brock is cool ey. Das ist wirklich das fehlende Viertel seiner Seele. Der hat einfach keinen Bock. Oh danke! Jenny! Come on! Get a move on! What is it you want? I refuse to remain bound to this realm. We travel to Vanaheim. Welp. Guess it's just us then. He! Brock ey! One gateway to Vanaheim. Cool! Hinterhof Keilerei. Sehr gut. Mut verwendet Rage um zu heilen statt Schaden zuzufügen. Sie können Kratos Rage Fahrt jederzeit im Waffenmenü auswählen. Okay, also jetzt kann ich also auch neue Energie bekommen für meinen Rage. I crafted a protection ward that'll keep me from being pulled out of the realm. It should hold until I find what I need. And what is that? The source of the magic that binds me to Midgard. We're going to find it. And destroy it. I will help you. But it will not change what I have done. I know. That's why I still might kill you when this is over. Oder andersrum. Ne? Vielleicht kriegst du auch einfach von mir was auf die Guschen. Das war ja gerade eben, würde ich sagen, auch nicht ganz sicher, dass du mich erledigen wirst. Das war ja gerade eben nicht. Ich bin keinem ohne ohne ohne. Scheiße. Wo würde die Mugspouts überhaupt nicht sein ohne mich? Was ist das, was du brauchst, Kratos für, Herr Hainess? Clearly, du bist ziemlich gut für die Odin's Kurses auf deinem eigenen. Die anderen Kurses wurden von Thimblewinter gegründet, aber ich hatte noch eine Hilfe, um sie zu brechen. Das ist stark. So all that trying to kill him, that's just your goddessy way of asking for help? I don't recall asking you to come along. It's cause you didn't. I got an old drinking buddy I've been meaning to look up once this joint were back on the map. Got a hunch lending you mokes a hand's gonna end me up where I'm going. And what makes you think that? Cause last I heard tell, she was running with that beep-wit brother of yours. Freya is not a part of this. Well, my hunch says otherwise. Screw too. I can feel the pool of the binding curse. Its source is further in. Follow me. Ah, wie schön schon wieder. Lass mich doch kurz die Kiste angucken. Hmm. Through here. Oh no. Something's wrong. My spell, I can feel it slipping. Well, that's Thimblewinter for you. You don't understand. I'll be torn from the realm. What can be done? Something I was hoping to avoid. Belty! Belty! Seems I don't... Come on then. You had a way around Odin's Cust this whole time. No. I discovered it once you unlocked realm travel. And it solves very little. This form is extremely limiting. Hey, uh, how's about a riddle to take your mind off of? I'm in... One runs with no legs. Easy. I know words. You'll have to try harder than that, Brock. Just you wait smart guy. Watch where you're going. I told you. Prune it from a safe distance if you'd rather not get poisoned. Wenn ich jetzt Rage benutze, kriege ich dann Energie? Ja, okay. Einmal benutzt und schon habe ich Energie aufgeladen. Okay. Kann man sich gut merken. Okay, da war ein Eingang. Den merken wir uns. Ah, nicht gesehen. Scheiße. Broke ist geil. Der hat auch gute Sachen. Ah, mir egal. Where has everyone gone, I wonder? They must have withdrawn. Hidden themselves out in the wilds and covered their tracks with magic. No way of knowing how many are left or how to reach them. Aesir ran cocks out all over this place, huh? You can thank Mimir for that. War with the Vanir was never my idea. My idea was brokering the marriage to end it. A great success that was. Obviously, the peace was no less a disaster than the marriage. Did he invade again as soon as I was exiled? I recognize this market. Villages would meet and trade here. Why'd they never rebuild? Brother, do you really think she'll let us off the hook if you help her? I do not know. I choose to help. After that, we will see. Are you sure that you have to do it? You're sure that you have to do it? You'll let him collect gas. That's one way to look at it. Jede Truhe ein Treffer. I bet this here would have made for a prime shop location. Dwarves in Vanaheim? That would be something to see. Ah. Und da würde ich jetzt gerne drauf ballern, aber es geht gar nicht. Dieser Gremlin da, der guckt einfach nur doof. Nee, also hier geht's nicht weiter. Gut, die Ecke können wir abhaken. Ach, er hüpft da einfach drüber. Okay, das machen wir gleich. Ich würde eigentlich gerne vorher noch... Was war denn da? In der Vase. Verdammt, wo war die nochmal? Hing doch hier irgendwo. Hier hingen die irgendwo, okay. Mann, ich will den Shit haben. Da, da liegt ja doch das Blaue. Wollte ich eigentlich nicht, aber kann man machen. Ja, und wie kommen wir hier wieder raus? Kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Ah, okay. Dacht schon gerade. So, wo ist denn jetzt dieses kleine blaue Ding? Da. Ja, Schlack. Hm. 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 nach der schicht gesehig auf das dieser geile kleine tausendfüßler ist ja auch nicht schlecht ist kein tausendfüßler Es ist ein gigantischer Ohrenkneifer. Was ist jetzt schon wieder? Ah, diesmal kann ich gar keine Warnung. Ich wollte eigentlich mal mein Schild benutzen. Ja, der hat keinen gelben Angriff scheinbar. Ja! Ja! Find you, incoming! Ja! 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 Such a mess, my creeper! Ja! 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 Being here against bringing back memories of that... Fancy folks in quality meat! Though I remember your brother stirring up an awful scene. Why do you keep bringing him up? My brother is no concern of yours. Do you understand? Oh, I understand plenty. Das stimmt nicht ganz, lieber Chat. Ich spiele... Ich mach schon Nebenmissionen. Ich mach nur keine Sammelquests. Ich hab jetzt schon zwei oder drei Nebenmissionen gemacht. So viele hab ich gar nicht im Moment nicht. Und die, die ich bekomme, mach ich eigentlich auch, wenn sie interessant sind. Ich weiß, wie schlecht es kann mit einem eigenen Kind. Sindri und ich waren auf dem Weg so lange, es war wie kein Bruder zu haben. Jetzt nehme ich ein paar von dem Ball für das, aufgrund von mir zu gehen. Aber es hat mich nie verletzt mich von ihm den meisten verletzten. Wie ist das? Und was ist das dein Punkt? Mein Punkt ist, das war nicht das Ende der Dinge zu Ende des Dingen. Once wir haben unsere Hübsen richtig, es war wie kein Zeitpunkt hat passiert. Er hat sich direkt zurückgekommen an sein, als er das größte in meinem Körper nicht mehr als er immer ist. Das ist Familie. You gotta keep them close Or they make you good and crazy Why do you think I need to hear Any of this right now My focus is on regaining my freedom And I have no intention Of being distracted Look, all I'm saying is If you happen to find yourself Talking to your brother Maybe the worst words said between you Don't have to be the last one said Enough When the day comes to face Freya again And it will be when I am standing on my feet And free, do you understand me? It will not be while I'm stuck In this preposterous situation Got a case of pride, I get it Hope yours clears up quicker than mine did A touching story that was Like me, you wish Ja, doch, ich muss sagen Brock ist doch eigentlich ein cooler Dude So, dem fehlt zwar ein Viertel Seele Aber ich weiß nicht welcher Teil das war Auf jeden Fall ist er Ein sehr sympathischer, unterhaltsamer, grummeliger Zwerg Freya ist die Göttin der Dickköpfigkeit Das kann man glaube ich so stehen lassen Da kennt er sich aus, ne? Was ist der da? Was ist der da? Ah, komm, lass dich doch einmal bitte Ja Nein, 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 ich will schon Wollt eigentlich schon Kartos Super Kartos werden Ach, das war rot, scheiße Oh, zwei Das wird ja nicht besser dadurch Nein, den Das wird ja nicht besser An Whenever Wollt hadi Das war's! Braid of old fuck! Na, endlich! Und ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Ich weiß nicht, was das hier ist. Was ist das? Ich weiß nicht, was du sie in den Augen zu halten? Falle. Alles, was du? Großartig! Deine Leute nicht bekommen, die Besucher? Ich weiß nicht, sie sind nicht meine Leute mehr. Gib mir einen Buss! Oh, oh! You don't go telling no one about that. Come on up! Bet you glad old Brock's around to save you. Uh-oh. SHIT! What? We should probably go get him. Keep your guard up. SHIT! 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 Now, what do we have here? Oh, OneEye send another God to do his dirty work. Thor, too busy? We do not so avoid it. Ha, ha. No? Pick the dangerous place for sightseeing there. Alright. Oh, der mit seinem großen Schwert, der macht mir ein bisschen Sorgen. No, no. No need for threats, brother. Oh, I know that voice. You know? I cut off your head. But it seems somebody beat me to it. Aye. Oh, quite observant, brother. Oh, ho, ho, ho. Well, you're no brother of mine. You sold my sister to that prick. We broke it a piece. Oh. Did you now? Where is it? Hm? And where is my sister? Some dungeon in Asgard? Is she even alive? Answer me! I guess we'll settle for blood. Stop! What is that? Why do you speak in her voice? It's me, Yngwie. There's no time to explain. Just listen. These men are in my service. I'm here to reclaim what's been taken from me. It's too late. You can't undo what's been done. I can. I will. Now let them pass. So. You serve my sister. Oh. Oh. Don't we all? Put them down. What's with leaving me hanging like that, you crusty hag? Oh, can it, Blobber. Come here. Well, found who I was looking for. Think I'm gonna stay and catch up. Oh, are you now? Do as you wish. Brother, if you wouldn't mind, I'd have a word with Lord Freyr. What do you think you're doing? Just setting up shop at my fort? Just because I hugged you, doesn't mean I ain't still sore at you, squabbling sandpipers. We fixed it so you can come and go between the realms, whenever you please. You're very welcome. Go. Look. This here's my family, and I mean much to you, but, I mean, plenty of matter. It does too mean something to me. Otherwise, I wouldn't have made up with my clunkerhead brother. Five million moonbeams. I didn't realize the Hoffer brothers were packing business. We're even cohabitating like a proper family. So don't tell me. Okay, well, then you can help me at the forage while you spill everything. Now, Brock, ain't you gonna introduce me to this tall glass of milk you got for a bodyguard? Of course I'm gonna. That's Kratos. Oh, you can call him whatever pops into your head. Kratos? Lunda. We go back. Well, I guess that's better than nothing. What'll it be? Ah, Endlich kann ich hier mal ein bisschen was aufleveln. Wobei ich nicht weiß, ob das hier wirklich, ähm, ne, Glücksknauf, Stärke, mehr Stärke, mehr Glück. Was haben wir denn noch für Knaufe eigentlich? Ne. Okay. Wir bleiben hier bei. Okay. Das haben wir gemacht. Bei der Axt gibt es nichts. Äh, Chaos klingen. Ne, hab ich nicht genug Steinholz, ne. So ist es immer. Mhm. Was haben wir hier? Nicht genug Metall. Da weiß ich echt nicht. Das ist doch derselbe Schild, oder? Ich werd's nicht verstehen. Beide sind equipped. Äh. Ja gut, komm. Wir machen, also wir machen's einfach mal. Ach, das ist, glaub ich, nur für diesen, ähm, Doppel-L1-Parade. Gucken wir mal. Warum nicht? Muss man ja irgendwie auch mal machen. So, was haben wir hier noch? Oh, jetzt kommen hier andere Sachen noch. Ah, komm, aber ich will eigentlich das Ding... Sieht geil aus, ja, aber... Das geht bis 9, 54, 68. Und das geht bis 9, 82, 48. Also das ist auch nicht schlecht. Komm, jetzt hab ich mir die hier geholt. Jetzt bleib ich dabei. Nee. Wir wollen hier weitermachen, haben aber leider keinen Asgardabahn. Ah, hier könnte man was machen. Äh, ach ne, herstellbar nur. Ja, es ist immer schwierig, ne, sich zu entscheiden, will man jetzt vielleicht den Gürtel, äh, anders schnallen, und sich einen neuen Gürtel umschnallen, oder will man den, den man hat, einfach verbessern. Aber da fehlt's halt immer am geilen Shit wie Zwergenstahl. Ich bin doch bei Zwergen. Warum können die mir das nicht einfach geben? Das eine ist der Schildaufsatz. Danke. Habe ich jetzt, äh, hoffentlich zum letzten Mal gecheckt. Von Rüstung niedriger Stufe. Geschmiedetes Eisen. Rohleder, Schlagabladerung. Könnte ich eigentlich mal wieder einen herstellen. Ah, geschmiedetes Eisen, Rohleder, Schlagabladung. Das brauche ich ja eigentlich alles gar nicht. Aber gut zu wissen, dass ich das in Zukunft bauen kann. Moment. Ich bin bei Verkaufen, ja. Ne, will ich nicht. Ah, komm, wenn ich eine wollen würde, würdest du mir einen geben. Du bist nämlich ein lieber, ein ganz lieber Kerl. So, wir behalten Njörds Sturm. Einfach R1 gedrückt halten, ja. Mächtiger Eisstrahl. Ah, das ist verdammt cool. Aber ich kann doch nicht alles gleichzeitig. Ich muss doch erstmal jetzt hier eine Sache, eine Sache erstmal benutzen. Aber der ist auch gut. Der Eisstrahl gefällt mir sehr gut. Ne, wir warten. Wir machen erstmal den Kram häufiger. Ja, dieser Wirbler. Komm, der ist doch nicht schlecht. Haben wir hier. Auch nicht viel. Ne. Die anderen sind nicht so viel besser. Hier kann ich was umstellen. Also... Ja, ich muss eigentlich sagen, ich finde das mit dem Zorn schon gut. Aber man kann ja auch, muss man eigentlich auch das auch mal verbessern, ne. Aber ne, ich hebe mir die EPs auf für meine krassen Kombo-Fähigkeiten hier. Da ist es schon ein bisschen wichtiger. Oh, was haben wir noch? Ausweichen nach hinten. Und dann R1. Ja, das sind halt diese Kombos, die man beim Ausweichen benutzen kann. Die man eigentlich auch benutzen sollte. Aber man kommt oft im Eifer des Gefechtes gar nicht dazu. Okay, Moment. Das... Ah, okay. L1 plus Dreieck. Okay, merken wir uns mal. Also auch Frost erwachen und dann R2. Ja, das kann man auch machen. Kann ich gar nicht. Was ist hier? Dauer und Schaden der rachsüchtigen Sichel. Die klingt aber gut. Wie kriege ich denn die rachsüchtige Sichel? Da. R1 gedrückt halten. Geil. Würde ich eigentlich gerne benutzen. So. Jetzt haben wir natürlich weniger für die Chaos-Klingen. Aber da haben wir auch schon fast alles. Nur noch das hier fehlt. Tobsuchtsanfall. Na komm, also Kratos hat nun wirklich genug. Tobsuchtsanfälle pro Tag. Da muss man nicht noch einen draufsetzen. Einen draufsetzen werden wir jetzt auf meine Toilette. Denn ich gehe da kurz pinkeln. Wir machen ganz kurz Werbung. Aber auch nur ganz kurz. Und dann sehen wir uns wieder hier. Und ich hoffe, ihr seid dann immer noch da. Bis gleich. Viel Spaß. Es ist einfach ein geiler Song. So. Zurück. Am Feuer. Mit dem Typen mit seinem voll gekrakelten Graffiti-Schwert. Oh, der Hund ist auch geil. Der Hund, den muss man sich kurz mal angucken. Der hat sogar so ein Werkzeug-Gürtel umhängen. Ist es ein Schwein oder ein Hund? Wer ist ein Hund? Ich habe zu viel Red Dead Redemption 2 gespielt. Ich würde mich am liebsten jetzt hier hinsetzen. Hallo, Servant Afreya. Ich spreche nicht mit ihm. Du solltest jetzt nicht weiter gehen, Stranger. Vielleicht kann er helfen. Es gibt keinen Grund, dass es unfreundlich sein wird. Ich kann mir zumindest ein paar. Lass uns. Zeig auf deinem Hund. Mir ist aufgefallen, dass du da unten vielleicht eine kleine Pediküre gebrauchen könntest. Deine Krallen sind ein klein wenig lang. Da machst du ja den ganzen Parkettboden kaputt, wenn ich dich mal einlade. Naja. Müsst ihr wissen. Oh, da hinten sehe ich schon wieder Kisten. Das erinnert mich an einem Vanaheim-Song, den ich seit langem gehört habe. Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ah, da sind wieder diese komischen... Naja, die habe ich ja schon ein paar Mal gesehen. diese Steinlöcher, aus denen irgendwas rauskommt, dass ich im Moment noch nicht verwandeln kann. Aha. Freieres... Freieres-Klage. Ich kann das nicht tun, aber ich muss es tun. Ich schreibe dies auf, weil ich die Worte nicht laut aussprechen kann. Ich schreibe dies auf, weil es vielleicht, wenn alles gut geht, eine lustige Erinnerung an den Mann sein wird, der ich einst war. Ein Mann, der Angst hat, der überfordert ist. Ein Mann, der nicht aufhören kann, sich wieder und wieder eine einzige Frage zu stellen. Was würde sie tun? Ich würde sie fragen, aber sie ist fort, also schätze ich, dass ich in ihrem Namen antworten muss. Sie würde mir sagen, dass ich mit dem Gejammere aufhören soll. Sie würde mir sagen, dass ich nicht wichtig bin. Dass mein deutscher Text etwas zu lange ist im Vergleich mit dem englischen Original. Irgendwas mit Unzulänglichkeiten. Der Kratos, ne, der hält nicht viel von... ...vom Briefgeheimnis. Das wird alles sofort gelesen. Da komme ich im Moment noch nicht lang. Es gibt erstaunlich viele Ecken, wo ich im Moment noch nicht lang kann. Entschuldigung, dass wir auf den falschen Weg sind, Stranger. Ich bin ziemlich verwendet, dass wir nur einen Aesir in diesen Teilen sehen. Es gibt keine Freundschaften. Das ist eine Freundschaften. Das Name ist Kratos, und Null. Der Aesir von Vanaheim. Wir haben uns geholfen seit... Ja, das letzte Kamp. Was ist dein Plan? Danke, Utska-Dunz. Bruder, ich denke, ich könnte hier sein. Was ist hier? Wenn mein Kampfer ist willkommen. Ich nehme was ich an. Ich nehme was ich an. Ich nehme 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 an. Du kennst ihre Zahlen? Oh, ja. Zahlen, Bewegungen, Auspusten. Wir haben gute Ente. Ich nehme an. Die Klänge. Ich nehme an. Sie müssen... Entdeckchen Sie auf die Mappe. Ich habe Worten, wenn Sie sie hören können. Dann sprechen Sie. Mit Angst, Sie fühlen Sie für Ihre Brüder. Ich weiß es gut. Sie haben einen Brüder? Der Name war Deimos. Als wir Kinder waren, er wurde von zwei Gottes, mit Prophecy. Die Gottes in meinem Land niemals verlassen. Von der Zeit, ich wusste, dass er lebte, war es zu late für Amenz. Der Angst hat ihn gegen mich verletzt. Aber ich habe nie zu stoppen, meinen Bruder zu lieben. Du denkst, dass meine Angst irrationell ist? Du hast Freya vor wenigen Momenten gekannt, und du hast bereits seinen Seite genommen? Ich nehme ihn nicht. Nein, du hast nur deine Gedanken über ein Thema, das du nichts übernimmst. So hörst du dich an. Für eine Göttin ganz schön erbärmlich. Was? Was? Erlaube! Fass! Das ist ja nicht zu glauben. Das muss ein Programmierfehler sein. Ah, ah, ah! Du Sau! I see you! Oh. Ich sehe dich, aber ich ziele nicht gut. Du. An Ancient! Okay, der scheint ja einfach so seinen Job zu machen und uns in Frieden zu lassen, nehme ich mal an. Nein! Das bringt ja alles gar nichts! Okay, wahrscheinlich muss ich in sein Riesenherz rein. Ja, das war nichts. Ich bin aber auch mit wenig Energie hin, muss ich sagen. Da ist der Gärtner, ne? Ja. Mann, ich will doch eigentlich voll mit dir... Aber was wirft er denn? Ah, das Ding! Alter, dicken Laserstrahl! Ja, da musste ich jetzt kurz gucken, was ich eigentlich drücken soll. Nein! 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 Alter, lass mich doch kurz... Ja, das will ich haben! Nein! Doch! Wobei... Ja, das wollte ich mal ausprobieren, endlich! Nein! Nein, Mann! Warum bin ich denn so schwach plötzlich? Fuck! Geht das Schild? Ja, es geht! Aber es ist gerade in Reparatur. Wegen zu wenig Benutzung. Okay, jetzt! Ja! Ist ein gutes Schild! Funktioniert! Oh! 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 Na gut. Na gut. Aber das war ganz gut. Was ist das? Was ist das? Nein Erinnert mich ein bisschen an Taika Waititi aus Thor Ist das dieselbe Rasse? Kann das sein? Ja, der hat doch eigentlich hier voll sauber gemacht und sich drum gekümmert Das ist doch eigentlich voll krass, dass wir den jetzt umgebracht haben Jetzt vergammelt das doch hier alles Kannst du mich den Gärtner ermorden? Der hat so viel mehr Ahnung von allem als du Du arrogante Fatzke Keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe Einfach mal so gehackt Was ist das? 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 Ich glaube, dass wir langsam was hier bekommen werden für diese goldene Stelle Weil wir sind jetzt an der Stelle, wo die häufiger auftreten und die würden die ja nicht uns ständig zeigen Wenn sie uns nicht langsam auch mal erklären würden, was wir damit machen, oder? Nee Das kommt noch Ja, aber der kam zu mir, wollte Ärger Ich lege mich auch nicht mit einem Vulkan an Ja, du weißt nämlich gar nichts von mir, Bitch Okay Haben wir noch, ja Hier, machen wir den auch noch Muss nochmal gerade gucken, wie ist der Tobsuchtsanfall R1 gedrückt halten Okay Nicht sehr schwer Jetzt haben wir fast hier alles hochgelevelt, ne? Jetzt bleiben hier noch ein paar Sachen über Aber die haben wir noch nicht Aber bald geht's immer weiter Äh, Moment Ich wollte aber eigentlich was anderes machen Genau, ich wollte umstellen Das Auf Zorn Gildo Zorn Das stimmt Ey, wo kommt denn das her? Ach du, ne? So schön und dann so asozial Ja, Göttin der Nutzlosigkeit ist sie Göttin der Dickköpfigkeit Göttin der Zickigkeit Nein, jetzt Ich wollte hier rüber und wollte den Baum benutzen Ja, ich bleib Na, ich lade Saint raid ich mal das Schraиться Nicht Erst Ich kann die Mann, ich mach's doch! Hahaha, ich bin wieder da! Fürchtet euch! Oh, ne, ne, ne! Ich mach doch L! Oh, ne, 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 ne! Oh! Ich hab doch alle eins gedrückt! Okay, ist hier irgendwo Energie? Ne, scheiße! Nirgends! Oh! Oh! Gar nichts mehr hab ich! Das Ding schwitzt Feuer! Oh, durch den Baum! Okay, jetzt! Jetzt, 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 jetzt! Oh, ne, 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 ne! Oh, das nervt aber wirklich hier durch den Baum durch. Oh, das nervt aber wirklich. Sehr gut, sehr gut. Danke, Filzda030. Ohne dich in den letzten Sekunden dieses Kampfes wäre ich verendet. Hier gibt es einen Hinweis in den Notizen. Okay, ja, hier sind die einzelnen Götter nochmal beschrieben. Ich weiß nicht, ob das Vieh, Orm, keine Ahnung. Ja, ich finde wir haben uns jetzt alles mal anguckt. Ah, das Bessiarium. Ja, ohne Bilder kann ich da nicht viel mit anfangen. Baradas, ein bevorzugtes Reittier von Odins. Ein Herr Jahre. Man kann sie mit einem griechischen Löwen vergleichen, kombiniert mit den Hörnern einer Ziege, dem Geweih eines Hirsches und der unnatürlichen Fähigkeit, das Laubwerk um sich herum zu verbrennen. Okay. Das hat mir jetzt aber nicht viel geholfen, aber es war interessant. Aber das war ja auch okay. Ich finde, einmal kann man schon bei einem neuen Mitboss sterben. Soll ja auch ein bisschen challenging sein. One story. You should know my daughters. In the service of a cruel God, I was tricked into destroying a village, not knowing my own wife and child were there until their blood stained my hands. I swore revenge. That's... ja das hat er auch gedacht hör doch einfach mal zu was er da sagt als ob der nicht ahnung hat der hat zwei familien du hast nur eine dämlicher vogel das ist richtig darksoul es diese kleinen quabbel fallen danke auch filz da 30 erneut ich hatten wir schon wieder das wieder zurück nehme ich wieder zurück das danke habe das gefühl ich das noch häufiger mal umstellen werde was irgendwie beides das sind die kleinen fischer die wir die ganze zeit schon gesehen haben was den mann doch mal eine sekunde hier eure beschützer ausschalten alter los hier mittlerweile kann ich sowas nur noch sehen und einfach akzeptieren dass es wunderschön ist ich kann es gar nicht mehr so richtig aufnehmen meine schönheitsrezeptoren sind voll stehling honey bread from the grand hall and harvest time we dance and feast until the sun rose was also simple why did i have to come back here and be reminded of all this das sieht ganz gemütlich aus hier kann man schon abhängen klar es gibt hier überhaupt keine vasen mehr aber ansonsten kann man hier noch gut zeit verbringen vielen dank made in germany da muss ich gerade was denken und zwar habe ich früher als kind mal so ein aufkleber gesehen da hat man zwei leute gesehen die unter der bettdecke miteinander vögeln aber man hat nur die beine gesehen die aufeinander liegen im bett und da stand dran made in germany und ich habe das ich konnte kein englisch ich habe das nie verstanden ich habe meine eltern gefragt warum steht denn da made in germany was hatten die made zu tun mit den vier füßen die ich da sehe haben sie alle gelacht und es mir trotzdem nicht erklärt ich höre sie im inside get ready to clear them out oh Ha 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 ha! Es ist eine Freude mit euch zu kämpfen! Wo ist sie denn? Ah, hier! Seine letzten Worte waren... Was will er uns damit sagen? Hey! Was ist sie? Ah! 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 Herr Pien! Ah! Oh! Ah! 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 Es ist nicht genug, was Odin hat mich gemacht. Er hat sich alle memory, die ich habe, um zu Hause. Ich bin glücklich, dass du ein Haus zu erinnerst. In Sparta, wir wurden von unseren Haus als Kinder und in der Ogochi gegründet. Wir wandelten, als wir uns gegründet haben. Wir kämpften, als wir uns gegründet haben. Wir kämpften, als wir uns gegründet haben. Unsere Eltern haben uns gegründet, bis wir uns nicht aufstehen können. In der Nacht, wir haben unsere Weg nach Hause, allein. Oder wir waren für Wölfe. Das ist wie Spartans sind. Danke, Bingo Bongo! Jetzt habe ich hier glaube ich alles eingesammelt. Das hier sieht so aus. Ach ja, da kam ich her. Aber da wollte ich kurz eh nochmal durch. Denn ich glaube, dass hier noch eine Kiste oder sowas ist. Ja, Mann. Mein Kistengespür ist einfach unerreicht. Danke. Buuuh. 2014. Ohne dich werden wir hier aufgeschmissen. Aufgeschmissen und angeschissen. Hier ist noch Zeug. Nehm ich. Nehm ich. Ne, da ist nichts mehr. Aber da komme ich doch gar nicht vorbei. Ah. 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 Ja, wo sind denn die Zwerge plötzlich? Das ist doch ein perfekter Ort. Na gut, wenn die Truhe unbewacht ist. Ja. Nur Geld und ein bisschen Stahl. Okay, das ist sogar gut, weil das ist wichtiges Zwergenstahl, was ich den Zwergenstahl. Und ich brauche es aber tatsächlich auch. Ob man mich dafür belangen kann? Ich hätte zwar nicht, wie ich den Zwergenstahl habe, wie ich den Zwergenstahl habe, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich den Zwergenstahl habe. Ich hätte es wahrscheinlich nicht wegnehmen sollen, aber ich dachte, das Vieh ist jetzt tot. Was ist das für eine Frage? Meint ihr, es ist noch zu früh für Weihnachtsdekoration? Weihnachten ist im Dezember. Wer vor Dezember Weihnachten feiert, hat sein Leben vertan. Was ist das? Was ist das? Ja, das ist das große Thema hier. Prophezeiung und Schicksal und wie sehr man es bestimmen kann. All das ist hier das Hauptthema. Aha. Aha, aufladen, Schild aufladen und dann reinhauen. Aber ich habe doch diesen tollen Steinmauerschild, der ist doch gar nicht so schlecht. Es sieht so aus, als müsste ich ihn langsam mal tauschen. Ja gut, dann nehmen wir jetzt halt einen anderen Schild. Ach, ein bisschen vermisse ich ihn jetzt schon. Ja, ok. Moment, kam ich hier nicht her? Da! Ja. Ja. Was ist das? Ja. 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 Das ist wirklich eine sehr wichtige Revelation hier, dass Odin quasi die falschen Informationen hat. So ein bisschen wie bei, ich muss ja mal an Indiana Jones denken, an den zweiten Indiana Jones, wo die Nazis ja auch oder einer der Nazis hier nur die eine Hälfte der Bundesladen dieses Anzeigers, der quasi zur Bundeslade führt, in die Hand eingebrannt bekommt und die andere Seite aber eben, ne, nochmal was anderes sagt und dadurch graben sie an der falschen Stelle. Wer ist da? Barock, Barock, irgendwie so. Heißt ja Franzose, der da gegen ihn gräbt. Benlock. Benlock. Ne, es war der dritte, du hast recht. Ne, ne, hast recht. Ist der, ist der dritte mit der... Ne. Moment, die Bundeslade ist doch im ersten Teil, oder? Ne, im dritten... Ich, ne, ne, ich verwechsel das gerade, aber es ist, wenn ihr sagt im dritten, glaube ich euch das. Aber ich weiß grad nicht mehr, was sie da eigentlich suchen. Ja, der erste, sag ich doch. Der zweite war ja in Indien, der dritte war mit ähm... Ja, Dings dem Pfarrer. Ja, einmal noch. Ah, ich dachte, das zündet es irgendwie an, oder so. Das habe ich versucht. Ah, es hat die, die, äh, hier das Ding angemacht, die eine von den Fackeln. Ja, ja. Ne, nicht ganz. Scheiße, da komme ich auch nicht hin. Kann ich denn nicht hier irgendwie rüberhüpfen? Gar nix. Aber mit dem Ding. Ja. 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 Ja, das ist falsch. Ja. 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 Was? Das geht nicht? Hm, aber wo sind eigentlich die anderen Feuer? Eins ist da weiter hinten. Da ist noch eins. Okay. Ja. Ich sehe. Machen wir erst mal das andere Feuer. Aber das hier ist doch eigentlich richtig. Also jetzt, warum geht denn das nicht? Oh, da muss ich... Ja, wahrscheinlich muss ich von der anderen Seite rüber. Okay, komm. Wie kann man... Sieht für mich okay aus. Wo ist denn jetzt diese geile Kiste? Wo ist diese Kiste? Wo ist sie denn? Man sieht sie ja normalerweise auch durch so einen blauen Schein. Aber die scheint nicht hier direkt zu sein. Vielleicht ist sie hier vorne noch. Ansonsten ist sie wahrscheinlich weiter hinten. Ne. Ich sag mal. Wo ist denn jetzt die Kiste? Die ist doch nicht so weit weg. Aber da ist auch nichts zum draufhüpfen. Hier unten ist auch nichts. Da beim Turm ist auch nichts. Ja, dann muss es doch einfach hier weiter hinten sein. Naja. Wie weit bist du mit Doctor Who? Oder hast du noch nicht weitergeschaut? Ich hab die... Ich hab bei Capaldi aufgehört. Und hab seitdem keine Doctor Who mehr geguckt. Für mich waren wirklich, äh, hier, äh, Matt Smith und, ähm... Ah, wie heißt der? Ecclestone? Ne, ich hab vergessen, wie der andere heißt. David Tennant. Matt Smith und David Tennant waren für mich die Hochzeiten von Doctor Who. Meiner Ansicht nach ist danach nicht mehr viel passiert, was mich noch irgendwie begeistert hat. Wo ist die Scheißkiste? An der Brücke unten, okay. Ich werd hier wahnsinnig. An der Brücke unten. Oh, ich Idiot. Einfach einmal umgedreht nur. Na, das Horn. Ein gutes, wichtiges Horn. All right, jetzt zurück zur Hand. Ja. Endlich. David Tennant kommt für drei Folgen als Doktor zurück. Ja. Die würd ich mir auch angucken, aber... Es ist halt irgendwie nicht dasselbe. Entweder ist er der Doktor oder nicht. Aber ich muss sagen, Doctor Who, gerade diese beiden, äh, Doctor Who's gefallen mir unfassbar gut. Auch die von Steven Moffat, glaub ich, noch geschriebenen Geschichten, die sind auch richtig gut. Was, der kann schneller schwingen als ich? Ja. Dann kurz vor, d we strike, mich, und schützen. Oh, uh! Oh! Oh! Ja! ich hab doch man man da komme ich nicht weg der macht diesen komischen angriff und sofort bin ich in seinem radios okay das war ganz schön knifflig gerade keine ahnung was ich mit dem machen soll wahrscheinlich muss ich die anderen klingen benutzen da was soll ich dagegen machen du triff mich jedes mal mit einem eumel brauche ich gar nicht scheiße habe ich genug egal ich hatte diesen angriff völlig unnötig groß ist der irgendwo noch ein grünes ding das ist ja echt lame nur mit einem ding soll ich den besiegen da endlich ganz knapp ja mit einer eigenen scheiß waffe du sauf in der kreis erscheint schild nutzen ja vielen dank der rote bringt aber nix bei dem blauen muss ich zweimal drücken also der rote bringt nix da muss ich ausweichen und der war ja das problem weil da macht da diese hake und ich kann nach hinten rollen und es ist er trifft mich trotzdem ich hätte wahrscheinlich habe ich jetzt die waffe schleudern sie gegner einen bifrest chakram entgegen statt na komm machen wir das mal dafür haben wir es ja ja wie gesagt das rote der rote angriff war ein problem weil ich wahrscheinlich einfach nicht nach hinten hätte ausweichen sondern wie in dark souls einfach vorne nach vorne in den mann hinein hätte rollen sollen mhm ah du bist so ein dummes arschloch ich hasse dich du bist eine richtig unsympathische drecksperson ich hätte überhaupt kein problem wenn die stirbt muss ich dann sagen freya ist ihr schmerz ja sie geht mir auf die nüsse euch also euch hoffentlich auch echt was für eine unsympathen person ja das holen wir uns noch let's go let's shut the fuck up how about that How about shutting the fuck up, Bert? Nee, kann ich nicht runter, doch. Nee, kann ich nicht. Bis zum nächsten Mal. oh danke sanja und danke auch borscheid ihr beiden seid die neuesten mitglieder der rebel mon ja nicht ganz mit euch komme ich durch den monsoon es wird immer schlechter ich habe einen spruch am montag ich will die neuen monster never again you don't get to make that choice not with the debt you owe me i am not here for debts i will always have helped you so much has been taken for me and i'm just supposed to let it all go ja let it go let it go to la fria let it go niemand kümmert sich um deinen scheiß let it go alter der pilzmann wie geil ist das denn das hier überall der guckt da steht hier der pilzmann mit dem hut rum das ist einfach zu geil ich liebe die entwickler dafür dass sie überall so kleine figuren eingebaut haben die man sich einfach nur angucken kann okay das muss ich irgendwann kriege ich dafür was dafür für diese luftgebläse und für diese komischen goldenen flecken an manchen stein drei sachen kann ich mittlerweile nicht öffnen da hat jemand gerade was sehr intelligentes und passendes gesagt im chat nämlich dass wir nicht vergessen sollen dass kratos ja in den ersten drei teilen und das stimmt als er noch so drauf war wie freya auch nichts anderes hat gelten lassen als seine rache meine rache 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 rachen drachen so das hat er den ganzen tag nur hat er das gebets mühlenartig rausgeleiert insofern finde ich das jetzt wieder ganz cool weil sie ist eben noch nicht so weit wie er weil sie noch keine zweite familie hat aber 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 Wie es kaum Schaden macht. Das bringt ja gar nichts. Ich greife, siehst du nicht, dass ich angreife? Ich will gar nicht mehr. Ich muss mal schnell die Rache umstellen. Gleich habe ich... Ja, ein bisschen Energie schadet dir wirklich nicht. Ja, komm, einmal noch. Man, siehst du, was er mit dem hier macht? Bringt nix. Ich habe nicht mal ein Feld von dem weg. Shit. Ja, okay. Boah. Das ist, ähm, auf jeden Fall einer der Gegner, wo man ruhig auch mal ein bisschen sterben kann. Alter, wie das Energie wegzieht. Habt ihr das gerade gesehen? Ich muss nach den Rachen kommen. Gut, bleib an. Mann. Ey, du kannst doch auch zaubern. Wie wäre es denn mal, wenn du was machst? Das ist es. Geh es nicht. Geh es nicht. Geh es nicht. Geh es nicht. Ja, Mann. Geil. Nein, jetzt ist er ja hier bei mir. Ja, so war's, ne? Oh nein, Schild. Oh nein, Schild. Mann, war nicht nahe genug dran. Ich kann dir helfen. Ich kann das Faktor. Fokuss auf der Rache. Ich versuche es nicht. Ich kann, ich kann die Hilfe gebrauchen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Also ein Schwein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Es ist noch in der Weg! Ich muss nach diesen Routen gehen! Ich weiß! Mann! Das war so knapp! Das war so knapp! Mann, das muss ich echt blocken! Lern doch mal blocken! Ich habe es! In diesem Fall! Lern doch mal blocken! Ja, sie hilft! Endlich macht sie sich nützlich! Hau ab mit Höger! Ja! Oh ja 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 ja! Alter, wie geil! Er macht das mit so einem Portal, ne? Okay! Wo ist die Axt? Ja! Ja! Oh! Oh, okay! Scheiße Ey, siehst du, was hier abgeht? Oh My sigils can amplify your attack Burn it off its perch Okay Okay, ich dachte, ich muss wieder die Axtnummer machen Yes, es funktioniert Yes, be ready for anything Ooh Shit 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 ничего Mach jetzt was! Ich wusste, dass das passiert. Kopf abteuert, teleportiert. Was ein Kampf, ey. Mir tut der Nithok ja auch leid, der hat nur seinen Job getan, aber ich tue auch nur meinen Job. Alles umbringen. Viel Spaß, Holly LP, der das ja auch sehr schwer spielt, bei der Stelle. Viel Spaß, wünsche ich dir. Das wäre geil, wenn man den da einfach draufsetzen würde. Das würde ihm gefallen, glaube ich. Geh weg! Geh weg! Jetzt kommst du mal ein bisschen trösten, Gratoss! my she s, my gracious gracious, my genius. Ich gehe huge. Ich hab's gesagt. Derbt unfassbar ist darum, dass du eine�leiscitige oder andere Leiter Independiente verdut ph Jetажchern. Is it done? It's over. It's... It's really... over. And now that you have what you seek. I suppose... this is the point where I forgive you. Where I kill you. Have you decided? I don't think I can do it either. I don't think I can do it either. There's still a part of me that is so... angry that it'll always be... it'll always be angry! but no, you are not the one who needs to die. Ich sehe das. Ich sehe das. Schau. Alles, was passiert zwischen uns. Keine Worte zu erklären. Nicht zu mir. Nicht zu mir. Ich habe keine Erinnerung von Leben zu retten. Und nie. Aber die Wahl zwischen Leben und Leben sollte dir sein. Ich würde dich nicht von dieser Wahl haben. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Hallo. Aha, Zauber! Zauberbarriere! Toll, toll, super toll! Wenn ihr das erkennt, seid ihr sehr, sehr cool! Nee. Okay, was bringt das Ding nochmal? Erhöht den Schaden aller Distanzangriffe und Fähigkeiten für Kratos basierend auf seiner Abklingzeit. Okay. Du sagst es knallhart. Ey, Simon, ist das nicht Hammer, so ein Spiel spielen zu können? Ich bin froh, in dieser Zeit leben zu können, wo es Computerspiele gibt und toll gemachte Storys. Genau, nämlich nicht einfach nur geile, krasse Multiplayer-Welten und dies und das, sondern einfach geile, gutgeschriebene Storys mit Fleisch-Charakteren, die wirklich was haben. Und nachdem... Ich weiß nicht, es ist ein langer Zeit, seit ich eine Wahl hatte. Halbgöttlich, aber auf jeden Fall ziemlich geil. Wie viel Prozent schon durch? Boah, ist das schwer zu sagen. Ich würde sagen, ich habe jetzt drei Stunden, zwei, zwei, vier... Ich habe so ungefähr 17 Stunden, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Könnte man sagen, aber es kann natürlich auch viel länger sein. Hängt wirklich davon ab, wie viel Zeit man in die Nebenmissionen steckt, die ja doch immer verlockend sind, muss ich sagen. Ich war mir am Anfang nicht sicher, aber die sind immer cool, so dass man die auch gerne macht. Ja. Ich hab jetzt? Jetzt schügel deine Blades in die Glowing Vines und blöde sie. Ihr添 17 Bible bei euch. Oh, ich glaube, er hat nicht mehrira als ob es alles zurückgezogen wie es war. Lauf die Verantwortung derлерzübliche für mich. Das war glaube ich. Deine Fähigkeiten gefallen mir sehr gut, Freya. Seitdem du nicht mehr so ein Arschloch bist, arbeiten wir super zusammen. Siegelfeile Streu und schießen sie Siegelfeile auf Brennen oder eingefrorene Gegner, um Elementarequipationen auszulösen. Okay, das ist jetzt halt ihr. So, ich will eigentlich mal diese Siegelfeile ausprobieren. Muss ich die noch aktivieren? Enemies, zu ihr left! So ein Lavastein in die Presse, ey. Da fängt der Tag gut an. So ein Arschloch! So ein Arschloch! Send Odin meine Regards. You use your anger effectively. Well, you learn to use what you have. Hui. Naja. Er liegt rum. Frag nicht. Guten Abend, Substanz. Es ist nicht so, dass ich mit Freya mit Freya wacke. Er ist mein Bruder. Er war der wichtigste Person in der Welt für mich. Für halbe meine Leben. Es gibt immer noch was zu entdecken. Hm. Aber... Das ist ja nur... ...eine. Nee, auch nicht. Ich dachte, dass ich jetzt in diese Ecke da rein kann. Nö, da sterbe ich lieber. Die 1500 hebe ich mir auf. Ja, Freya. Jetzt hast du doch, was du wolltest. Es ist nicht so, dass ich mit Freya mit Freya wacke möchte. Er ist mein Bruder. Er war der wichtigste Person in der Welt für mich. Für mich, für halbe meine Leben. Und hier. Das sind die gleiche, als die, die wir vorhin gesehen haben. Frost sollte schnell arbeiten mit ihren Zutaten. Tja, bleibt dasselbe Problem. Nee. Ja, shit. Offen gesagt, keine Ahnung, was man hier jetzt machen sollte. Hast du eine Idee? Was kann ich denn noch machen? Ich kann ja immer nur eins einfrieren. Und so oder so. Siegelfeile bei Objekten um die Dauer, das... Okay, okay, das wahrscheinlich. Ja, okay, klar. Nee. Okay, Moment. Jetzt habe ich das verlängert. Okay. Und jetzt habe ich das... Landschaftsgestalter. Ja. 30 von 45 Pflanzen. Wäre die Welt nicht viel schöner und all dieses Gebüsch. Fuck less up. Das will das Eichhörnchen von mir, ne? Oh, von dem habe ich auch lange nichts mehr gehört. Da kann man ja manchmal diese Symbole anhauen. Mach du mal. Ich kann die überhaupt nicht alle machen, oder? Doch. Na gut, vielleicht erst mal hier hoch. Kann ich da nicht hoch? Ach ja, da ist wieder so ein Luftgebläse. 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 Ich glaube, da ist noch etwas, was hier zu kämpfen wird. Etwas, was zu schützen wird, sogar nach so viel Schmerz. Vielleicht geht das auch für Freyr. Hier. 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 Kommt wahrscheinlich später. Den kenne ich aus dem Trailer oder so. In einer Welt des Friedens gibt es nur ein Verbrechen. Die Störung des Friedens. Sieh dich um. Das Land und seine Leute in Harmonie, im Gleichgewicht, so konstant wie Sonne und Mond. Doch das Gleichgewicht ist anfällig. Die Balance geht leicht verloren. Grausamkeit, Eitelkeit, Selbstsucht. Dies sind die Kräfte, die die Harmonie Wannerheims stören würden. Dies sind die Kräfte der Asen. Wir sind ein friedliches Volk. Aber der Frieden kann nur weiter bestehen, wenn wir ihn mit Gewalt verteidigen. Das haben schon so viele gesagt. Und es war immer falsch. any die Kräfte ich gleich Abblumen wilt. Geh, bin sehr geantwortet. Geh! 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 nein okay okay das war es dann nicht danke inge wonderburg das ist ein guter name elon wonderburg inge nicht elon entschuldigung meinten da ja Wir lassen sie gar nicht mehr zu Wort kommen und auch nicht auf den Boden kommen. Was habe ich denn hier gemacht? Lodernde Explosion, habe ich Kram wieder geholt. Gut, 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 gut. Oh, hier kann ich was modifizieren. Den Brand, die Betäubung, den Schaden. Ach, machen wir das. Jetzt habe ich aber hier auch alles. Hier ist noch was. Ja, komm, holen wir uns. Wollen wir erstmal gucken. Ausweichen und R1. Ausweichen und R1 eben nach vorne und hinten. Hm. Moment. Ne, 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 das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ich übe nur. Oh. Moment. Da oben. War ich da? Kam ich her? Ne. Da kannst du so viel Schild haben, wie du nur willst. Gegen Kratos Rache ist kein Schild gewachsen. Alles, was übrig blieb, war ein ganz kleines Säckchen Gold. With ems Sí? Tenzin. Enemies, also back. Oh. 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 Oh da, jetzt kommen hier aber die Leute hier, jetzt kommen die Abonnenten gerade, was ist hier los? Danke an der Stelle an Dreamfairer, du hast ein Abo verschenkt, da freut sich der Empfänger sicherlich sehr. Außerdem, danke auch an Bingo Bongo, du hast auch nochmal ein Abo verschenkt. Bei euch sind wohl die Taschen heute besonders locker oder was? Gab's Trinkgeld oder was ist los? Gab's eine Gehaltserhöhung? Schichtarbeit in der Fabrik oder was? Was ist los? Wo kommt die Kohle her? Erklärt's mir, ich will es wissen. Ich will es auch haben. Danke und auch Bob, Master von Senf zu Wasabi. Denkt dir mal einen Spitznamen aus, würde ich sagen. Okay, da unten muss ich weiter. Viel Glück bei deinem neuen Job, Dreamfairer. Auf nach Österreich. Sehr weise Worte hier. Danke auch an. Ich hoffe, dass du so ausgesprochen wirst. Jetzt, wie hoch zu gehen? Setzen die mehrere Siegler in Elemente zu verbinden, schweigen sie größer und leuchten heller, okay. Ach ne, so. Ne, nochmal. Ja, ich komme leider trotzdem nicht ran. Geist? Geist? Ja. Ich kann mich bei diesen dritten Schmerzen, aber Sie wissen, dass ich eigentliche nicht um, Auf Flussobjekten und Dornen ranken. Ja, dann nehme ich mal an, ich muss es hier irgendwo machen. Dann komme ich ran? Okay, jetzt verstehe ich. Man muss die so ein bisschen... Genau, das meine ich. Meine Frau, Faye, hat mir das gemacht. Na gut, ich bin froh, dass du eine Freundin hast, dich zu erinnerst. Artillerie! Ups! Komm, Artillerie! Ups! Schau, Frau! Schau, die Linie! Schau, die Linie! Schau, Frau, zu der Linie! Schau! Oh nein, uuuh. Oh, danke auch, Chemodrian! Ja, so, so ist gut. Ähm, bist du jetzt eigentlich bei Instinkt 3? Ja, ich bin schon lange bei Instinkt 3. Ich bin eigentlich seit November letzten Jahres bei Instinkt 3 und sehr glücklich. Ah! 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 Das freut mich sehr, ähm, lieber Knallhart, Eh simon macht den Arbeitstag schöner, ich mache ihn parallel an, wenn es konzentrationsmäßig geht. Ja, das ist natürlich der Benefit vom Homeoffice. Tut mir auch leid für alle, die das aufmachen und sich ärgern, dass es auf Englisch ist. Nächstes Spiel kommt wieder auf Deutsch. Ich will not wish for war, Freya. War is a terrible thing, Kratos. But some things are even worse. You know, if Atreus rushes to Ragnarok, you may not be able to stop him. I will. And if you fail? I have prepared him to survive without me. If he must. Watch for the plants. They like me, but Strangers not so much. I see that. Ne, das Englische, ähm, das Problem mit dem Englisch ist, dass wenn Leute es nebenbei hören, dass es halt schwerer ist und man sich weniger so auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren muss, weil einfach ein Teil am Übersetzen ist und das ist halt so ein bisschen das, was, was ich auch verstehe, wenn Leute sagen, ah, ich gucke das so gerne nebenbei und jetzt kann ich jetzt nicht. Ja, ja, ich verstehe und, ähm, ich konnte nur, hier konnte ich es nicht anders machen. Ich weiß nicht, aber ich werde keine Chance mit Atreus nehmen. Well, du möchtest, schnell zu denken, wenn du jemanden für dich willst, dass du das Wahl für dich machen möchtest. So, jetzt werden wir diesen Zwist mal beilegen. Benimm dich, Freya. Sei einfach mal nett. Nein. Es ist wirklich du. Du hast uns zurückgekommen. Du hast uns zurückgekommen. Ja. Huh? Just like the old days! I'm... ...not staying. I don't understand. You're here. Maybe together we can take back what's ours. I only just got back what's mine. I still have work to do. You've seen what's left of the realm, right? Do we really mean that little to you? You question my loyalty? Vanaheim turned its back on me. You still can't let go of that old fight. It was my duty to save as many of our people as possible. My responsibility. One you didn't take seriously then and from the looks of it, one you don't now. You think this is a game to me? Yeah. It's a game to me. We lost everything to that maniac you called husband. The man's family set me on fire. How did you expect me to react? Like my brother. Like the boy that used to have my back no matter what. And who I always supported no matter how selfish his choices. I expected you to come and find me. That no matter how hurt or angry, you wouldn't abandon me when I needed you the most. Freya, please. I thought you were dead. No. I've had to live lifetimes. But those last awful words I said to you. Do you have any idea of what that's like? Knowing that your own selfishness hurt the person that you cared about the most. You have to abandon me. Oh, Freya. I'm mourning you. Oh, I miss you so much. But I won't find myself to another realm when I finally have my freedom. I'll send help though. And I will come back. I promise. This hasn't been your home for a long time, has it? Yeah. Beide sind doch Götter des Dramas. Ja. Come on, you two. Not you. Got a few things to square with y'all. First is you collecting your spare heads. Second is that sigil magic I smell on your bow. Reckon that's an idea I'll steal. How's about I set you up with some sonic mojo? Call it a train. Very well. Third of all, even you ain't staying here. Bears mentioning it's injury and I find ourselves running a flop house for unemployed gods. If you're done freezing your backside off in Midgard, maybe come back with Beardo there. Check up on your old pal Tear. That's kind of you, Brock. I may do just that. All right then. I'll meet y'all back at the house. Lesson you want me to fix anything up first. Well, brother. Care to meet our new allies? Or shall we depart? Uh, excuse me, can y'all stop and help a lady out? Appreciate it. Nebenmission. What is it? Yeah, I spent a lot of time tinkering up and down the river Deldo. Once Odin's army came to town, I let out of there faster than a tazzle worm with its bottom ablaze. So frazzled, I accidentally left behind a few irreplaceables. What irreplaceables? Well, just one, really. An orb. I'd be mighty grateful if you would find it. What is it? And if you come across any of my old beautifully rusted armor pieces, I'll use the scrap to whip up something specially suited just for you. What is the orb? Just bring it back there and you'll make me happy as a zombie. Oh, and don't forget to keep an eye out for my old armor. I'll fix it up for you. Free charge. What sort of orb do you imagine we're looking for, brother? I do not know. Schwierig. Will ich wieder eine weitere Nebenmission anfangen? Ich habe doch eigentlich schon so viel zu tun. Oh, gefallen. Die Kugel finden. Haben wir nur das? Ach nee, da sind noch viel mehr, ne? Das Samenstück, das hätte ich schon gerne. Das ist nicht unwichtig. Da sind nochmal so Geschicklichkeitsaufgaben, die auf uns warten, wenn wir das bekommen. Das sind schon fette Belohnungen, ne? Zehntausend. Ich glaube, wir könnten jetzt auch wieder nach Muspelheim in dieser Kombination. Habe ich nur drei Gefallen bisher erledigt, Alter. Drei Gefallen. Drei Stunden hat es gedauert. Die geheimnisvolle Kugel. Wo ist das denn? Das ist schon in der Nähe, ne? Moment. Bin ich hier? Das ist ja Arsch weit weg. Das haben wir uns immer noch nicht angeguckt. Ja, komm ich mach's. Ja. 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 Ich höre nur zu. Ich wie bei dir zu. Ja 미안 ... Ja, wir allem so, dir vergessen. Was denn es? Wie Till erlassen hat? Ja. JesebAnn. Mit dir will? Sie war's so sehr übergehen? Ja, natürlich helfe ich. Was Kratos is trying to say is, he's never seen a Light Elf and Dark Elf work together. It's a welcome sight. Hopefully one day, a common one. Mimir tells me you're something of an adventurer. Should you ever find your way to the Forbidden Sands in Alphine? Contested territory, past the Barrens. There are rumors of a sanctum, and artifacts our elders don't want us to see. Anything that sheds light on our suppressed history would benefit all of Alphine. Uncovering secret history? Sounds like my kind of adventure. Knowledge of the Elf's common ancestry is what brought us together. Stories of Alphine before the division of light and dark. It's very taboo. Didn't stop you from spreading word of it. Which is how you ended up in prison. Where she and I met. As enemies naturally, but escaped as friends. More than friends. You can stop talking. Okay. Good luck out there. Bam-chicka-bam-bam-bam-chicka-wow. Da geht einiges hier zwischen dunkel und hell. You mean, do I miss the light? Do you? The truth? I still feel its pull. You want nothing else when you're near it. And away from it, you're only biding time until you can drink again from the light. But then again, the light does not make good food. It doesn't play music or tell jokes or open your eyes to new things. It makes you run in place. The more I am away from it, the more I see it for what it really is. And I don't need it anymore. I appreciate your candor. Also diese ganzen Figuren werden so schön beschrieben. Hm? You can ask me if I miss the light. Of course. How rude of me. In their defense, love. You are usually not the most... Talkative. Ich werde sprechen. Von Börse sind wir uns die Lichter taught, die Licht ist alles. Die Elders sagen, das ist weshalb wir kämpfen. Aber das alles? Das ist verdammt. Ich bin mehr als der High. Mehr als ein Soldat. Lichter, Schmerz. Alle Elven sind das gleiche. Stubborn, brainless als Moth, blinded von der Licht. Ah, das wollte ich gerade sagen, alle Charaktere sind so liebevoll auch gemacht. Ich habe noch mehr zu sprechen, Mimir. Es ist immer schön zu treffen, einen Schalter. Und Kratos. Ich verstehe, dass deinem Land ist für die Philosophers. Wenn die Dinge entspricht, würde ich gerne hören, ihre Ideen. Und deine eigene. Ich habe nichts zu sagen, was dir interessiert wird. Nonsensiert, Frau. Ich habe viele eine Wiese gesagt, über die Lichter. Es ist okay, Mimir. Meine Frau ist das gleiche. Wichtig. 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 Aber sehr tief. Wichtig. Wuhu. Sie liebt mich so viel. Es hört halt nicht auf. Man kann nicht aufhören, denen zuzuhören, weil die so lebensecht geschrieben sind. Und wirklich. Ja, ich habe die kaum kennengelernt. Und schon mag ich die beiden. Auf ihre Art. Ähnlich wie bei den Zwergen. Ähnlich wie bei den Geschwisterpärchen. Eigentlich ähnlich wie bei all den... Ah, ne. Hier kommen wir rein. Wie bei all den anderen Wesen, die wir hier treffen. Kurzer Tipp aus dem Chat. Jetzt kann ich an dieser Stelle das Making of zu God of War 2018 empfehlen. Making Kratos. Noch mehr zu sagen? Okay. Ja, ich überlege gerade, ob ich hier irgendwo noch woanders hin kann. Aber ich glaube nicht. Ich hebe mir doch die Nebenmissionen nochmal auf. Weil jetzt sind schon zwei. Oh, geht's hier weiter oder was? Ne, da kam er doch gerade her. Moment, wir kamen hierher. Ja. Hier kam er gerade her. Was ich jetzt gebrauchen könnte, wäre... So ein Teleporter. Wunder, wirst du wissen, wie deine Licht- und dunklen Freunde kamen, um zu sein? Du meinst Baitfair und Bela? Sie waren beide in der Prisition. Auf einem Seite oder auf der anderen. Oder vielleicht beide. Wir haben zusammengekehrt, haben wir auf der Runde und sind absolut alle über uns. Da stimme ich dir zu. Oh! Ja, man kommt hier nicht weg, ne? Die Gespräche locken ein. Ich mache jetzt erstmal die Hauptmission, äh, die Story-Mission weiter. Da? Ja. Ich mache das. Dann, wie zu Brocks Offer. Kannst du dir vorstellen, dass du unter dem gleichen Ruf wie ein paar vorherigen Feindler bleiben kannst? Keine weitere Temptationen, um zu schröberen Vengeance? Nicht gegen dich. Egalen von dir. Du hast meine Worte. Krass! Jetzt ist sie also wirklich bei uns. Durch Frias Bündnis werden neue Kampfausrüstungen in einen einzigartiger Fähigkeitenbaum freigeschaltet. Ihre Schall- und Siegelfeile eröffnen neue Möglichkeiten in Schlachten. Ähm, ja! Geil! Da ist sie. Was kann man denn hier verbessern? Ähm, aktuell gar nix. Okay, aber das kommt gleich. Die Rüstung haben wir auch. Kann ich auch gerade noch nicht verbessern. Werden wir aber auch noch machen. Fähigkeiten ist ja natürlich der Fähigkeitenbaum, ne? Kennt ihr? Da. Was kann sie denn? Machen wir... Oh, die Walkürenform. Ja klar, mehr davon. Siegelfeile, größerer Wirkungsbereich. Schall-Explosion, größerer Wirkungsbereich. Ranken zum Festbinden. Ah, nicht ganz. Reicht nicht ganz. Ne, hab ich schon gekauft. Okay. Nice! Hab ich hier noch irgendwas Neues? Leider noch nicht. Hier leider auch noch nicht. Kann ich denn bei denen... Kann ich ja bei manchen... Kann ich ja irgendwas verbessern, ne? Und irgendwie noch einen Plus dazu hauen. So wie hier. Hier ist jetzt Betäubung. Ich mach das auch mal auf Schaden. Ich denke das wird angezeigt, aber man checkt's nochmal ab. Okay, gut. Das ist es nicht. Chaos Klinge haben wir alles. Ist hier noch irgendwas besonderes? Ich muss die noch mehr benutzen, damit die noch mehr aufgelevelt werden. Das reicht einfach noch nicht. Okay. So. Uh. Jetzt kann ich ihr also auch Accessoires geben. Runenpfeil. Das ist ganz gut. Weil sie benutzt die Runenpfeile ja auch. Schallpfeile ist auch nicht schlecht. Der von Runenpfeilen ausgelöst ist der Status deutlicher wird. Wenn der Runenbeschwörung in der Abklingzeit ist. Was heißt das? Beschwörung in der Abklingzeit. Es wird der von Runenpfeilen ausgelöst ist der Status deutlicher wird. Okay. Ich glaub ich hab's verstanden. Ah, Kriegerkampfanzug natürlich. Was ist denn das für ein Waffenrock? Hier, die hat ja nicht mal Socken gehabt. Die hat ja einfach nur blanke Füße gehabt. Das kannst du doch nicht machen. Jetzt ist alles wieder gut. Und du kannst eigentlich jetzt nochmal gucken. Was haben wir hier noch? Raidschub. Nahkampfschadenbonus. Zwei Beifrost Chakrams. Ich weiß immer noch nicht wie ich die mache. Ich hab die schon ein paar mal benutzt. Aber aus Versehen eher. Ich muss das nochmal checken. Bevor ich mir jetzt hier den wieder was hole. Was ich vielleicht gar nicht brauche. Sieht aber soweit eigentlich ganz gut aus. Hab ich hier? Ne. Ich frag echt. Wann krieg ich die schweren Runenangriffe endlich? Wie lange wollt ihr mich noch hinhalten? Kratos wird ungeduldig langsam. Okay. Wir suchen uns einen neuen Pfad. Den Pfad haben wir abgeschlossen. Ria und Bruder haben sich einigermaßen versöhnt. Aber offenbar endet ihre Reise noch nicht in Wannerheim zuerst. Vorerst bleibt sie bei uns. Vielleicht sollten wir unsere neue Verbündeten besser kennenlernen. Werden wir. Gefallen. Seht ihr? Sind direkt wieder mehrere geworden. Ist aber auch schön. Aber das mach ich ein andermal. Das hier hätte ich wirklich gerne. Den anderen Welten Samen. Ich weiß noch nicht wo soll ich den denn finden? In Muspelheim. Das hier gibt zu wenig Kohle. Naja wobei das hier ist auf jeden Fall geil. Den will ich haben. Das hier bringt nicht so viel. Aber könnte man annehmen, dass man vielleicht gute Geschenke bekommt. Wenn man es macht. Ähm. So. Aufträge. Was ist das noch? Ah. Okay. Das sind diese anderen Dinge die man finden kann. Ne. Die Fetch Quests. Wir haben doch sogar schon Rüstungsteile gefunden. Oder? Ne. Anfertigen. Scheinbar habe ich da schon was gefunden. Drei suche ich noch. Beste Rüstung. Ja das Ding ist. Ich bin gar nicht so der Fan von sich Rüstung und Waffen zusammen suchen. Es sei denn es sind wirklich abgefahrene geile Sachen die man braucht. Ich bin kein Fan von 100%. Ich bin kein Fan von Fetch Quests. Weil man kann einfach viel Kram machen wenn man will. Ich will meistens nicht. Tribute an Frey. Hm. Okay. So. Den Pfad haben wir aber auch. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich einfach in die. In die Haupt. In die Hauptmission sozusagen wieder übergehen. L1 plus Kreis. Danke. Ah. Und wo kriege ich das angezeigt welche das sind? Hm. Habe ich das denn hier mit auch? Nutze ich ein bisschen zu selten noch. Äh. Mehr oder weniger ab und zu mal in Kombos. Ja. Habe ich ja nicht oder? Ach. Jetzt kriege ich es. Runa. Runa. Go ahead. Carve the letter. Sooner. It's an incantation. I'll speak it. Sooner. Lovely. Working together is already. Opening door for us. Uh. Is he always making puns like that? Ja. We're blocked by more vines. Remember what to do? Ah. Okay. There's a fallen log in the river. It has something on it I don't recognize. So it's true. Tears really alive? Hi. Not exactly shipshape. He sleeps in a broom closet now. But he's adjusting. How did you find him? Lovely. That's down to Atreus having figured out how to access prophecies giants reserve for their own kind. We'll... Oh, ganz kurz. Ähm, paar Leute haben auch drum gebeten. Ich mach kurz noch einmal Werbung, weil jetzt würde für manche eh die Werbung starten in 40 Sekunden. Deswegen hol ich mir kurz noch mal. Ich geh... Ah, ne. Ich geh nur aufs Klo. Aber ich hol mir vielleicht noch was zu trinken. Wir sehen uns gleich in 30 Minuten. 30 Minuten. Drei... Drei Minuten bis gleich. Bam. Bam. Das war er, der Stuhlsong. So, wir sind zurück. Und haben immer viel zu tun. Viel zu hören. Drei. 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 Die Firma! Jetzt, warum nicht du dich einfach zu Hause in Sendrens so-called Studie über Yonder? Du bist sicher, dass er nicht mindig ist? Mindig? Du bist verrückt. Die Bezüge werden hier über den Tag. Kann es sein? Ich habe nie gedacht, dass ich dich wiedersehen kann, Frick. Oh, nicht so. Ich habe nicht so eine Person in lange Zeit. Aber ich bin froh, zu sehen, auch. Ich habe das Schlimmste für so lange, was du hast, was du durchgebracht hast. Nichts so schlecht als was du hast. Freya, ich bin so, so sorry zu hören, was zu Balder passiert. Er war nur ein Junge, als ich ihn letzte Mal gesehen habe, aber ich weiß, dass er mehr zu dir ist, als alles. Ja. Und zu verbeben Ihre Vengeance in dieser Weise, es ist wirklich ein Inspiration für diejenigen, die in Frieden glauben, in Frieden. Die einzige Frieden, die in Frieden wissen, ist, als Odin ist weg. Ich glaube, in das. Also, du bist nicht hier, um Ragnarok zu verhindern. Du bist hier, um es zu bringen. Ich bin hier, um sich zu sagen, dass Odin nicht jemanden verletzt, wie er uns verletzt hat. Ich kann sehen, dass ich dich verletzt habe. Entschuldigung, ich bin weit entfernt, von meinen Zeiten von Diplomation. Hier wird die ganze Zeit gestritten, da gehen wir gleich hin. Aber ich will kein Gespräch verpassen. Ich dachte wirklich, wir hätten das letzte von Diplomation gesehen. Vielleicht ist es wirklich eine Chance für Hoffnung. Okay, ich glaube, jetzt... Ich gehe einmal noch zu ihm. Wo, vielleicht gehe ich erst mal hier hin. Ich mache diese Gespräche auch noch durch. Deine Feuerblades sehen ein bisschen kalt. Händ sie über. Nicht zu schabbi, dass eine properer Gottes rund um die Haus. Tja, dass sie auf ihrer guten Seite bleiben. Warum nicht? So, jetzt wird hier aber wirklich mal ein bisschen was an den Chaos-Klingen verändert. Welche habe ich denn gerade aktiviert? Die habe ich... Ja, vielleicht muss ich die langsam mal einfach tauschen. 18 Stärke. Ne, aber da kriege ich weniger Stärke. Ne. Nicht mit mir. Ja, okay. Das kommt als nächstes. Ja, ne. Ich weiß es nämlich auch nicht. Das hat nie jemand wirklich erfahren. Das werden wir sicher in irgendeinem der nächsten Teile irgendwann mal erfahren. Die Axt wird verbessert. Klar. Kiebe sie scharf und sie wird dich lebenswert. Vierer-Knauf. Noch ein Griff. Alles ganz geil. Stärke Runenkraft. Der ist aber halt auch nicht schlecht, ne? Ich schmeiß die schon ganz gerne mal. Und dann will ich auch einen glücklichen Wurf haben. So, hier ist irgendwas krasses. Okay. Was ist das, Alter? Eui, eui, wie das aussieht. Eui, eui, eui. Soll ich den jetzt echt nehmen? 43, 25 und noch viel andere Kram. Ich habe das Gefühl, die ist nicht so geil wie das, was ich jetzt gerade hier habe. Ist die auf 34 und dann wäre sie auf 43. Okay. Und die ist auf 36. Na gut, komm. Nehmen wir die. Kann ich die gar nicht... Ich kann die gar nicht nehmen. Ja, die ist schon besser. Ähm, Lundas verlorener Kyras. Wie kriege ich den? Werde ich gleich anziehen müssen. Und die auch noch. Ja, okay. Ich sehe schon. Ich muss die gleich alle einfach. Die drei Sachen, die ich schon bekommen habe, werde ich anziehen. Hier habe ich leider nicht genug Juwelen. Und das machen wir schnell. Moment. Warum habe ich das jetzt hier nicht? Muss ich das Ding erst komplett haben, oder wie? Okay. Also ich kann die ja nicht auswählen. Ich habe die gar nicht, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ich kann die nicht auf Level 5 upgraden, weil ich sie gar nicht habe. Dazu muss ich halt die anderen Sachen... Okay, ich verstehe. Ja gut, dann ist das halt so. Na, wir haben genug für alles. Okay, hier haben wir Resistenz gegen Blendung und Benommenheit. Hier haben wir Abwehr 10. Muss ich später dann nochmal aktivieren. Und Frau Freya? Okay, jetzt muss ich gerade gucken, welches davon ich verbessern will. Runenwirksamkeit. Runenbeschwörung. Ist das Siegelverstärkung? Ach, so toll ist hier Siegelkram nicht. Machen wir das hier. Machen wir das. Überragende Auferstehungsstein. Kriege ich dann sogar noch extra Energie, oder was? Na gut, ist egal. Habe ich eh nicht die Kohle für. Ich meine, ich brauche die doch irgendwann, oder? Warum soll ich die jetzt verkaufen? Ich habe das Gefühl, ich brauche die irgendwann. Gut, wir wissen es nicht. So, einmal nochmal schnell was verändern hier. Das, was wir gerade alles gesehen haben. Was kann ich hier noch machen? Aha, Nahkampfschadenbonus. Würde ich halt auch gerne mal probieren, ja. Aber erst, wie gesagt, machen wir erstmal, lernen wir erstmal mit dem anderen Ding häufiger umzugehen. Da haben wir noch keinen. Ne. So, dann gucke ich jetzt nochmal, ob ich noch irgendeine Rüstung... Ne, da ist alles nur derselbe Kram. Habe ich auch schon, habe ich schon, habe ich schon Amulett. Können wir nochmal ändern. Oh, da kann ich also eine Menge Amulette anziehen. Aber eben erst, wenn ich das mir freigestellt habe. Abklingzeit und Abwehr. Haben wir schon, okay. Braucht doch keiner. Hier ist noch nichts frei. Ihr hättet doch nicht. Okay, so. Den Tobsuchtsanfall werde ich jetzt häufiger benutzen müssen. Jetzt habe ich nichts mehr, ne? Ne. Auch gut. Quasi Kollateralschaden. Mehr verbrannte Erde. Mehr davon. Ja, okay. Alles üblich. Die üblichen Sachen. Habe ich hier auch was Neues? Ja. Geil. Das finde ich einen guten. Den werde ich mir holen. Den habe ich doch schon. Ah, okay. Ja, ja. Dann müssen wir das. Ja. Das werden wir uns alles noch holen. Ist sehr viel. Auf einmal. Ich verstehe, dass man manchmal so ein bisschen fast schon überfordert ist. Aber. So ist das. Als Gott. Da musst du einfach. Wenn du in anderen Regeln hast, bevor du mit deinem Sohn sprechen kannst, dann werde ich dich mit dir. Es ist so lange, seit ich zu gehen kann. Es wird so lange. Nee, komm. Wir machen das jetzt. Okay, Leute. Schreien hilft nicht. Nein. Natürlich nicht. Aber so was, wenn ich es getan habe? Es ist mein Zukunft. Es ist mein Leben. Du bist mein Sohn. Dann warum nicht du mir vertraust? Wenn du mir vertraust hast, dann sag mir die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du ein totaler Arschluss bist. Lade. Du weißt, das ist kein Weg, um einen Mann zu ändern. Du hast keine Angst in mir. Du hast keine Angst in mir. Es ist okay, wenn er die Gefühle hat. Es ist okay, wenn meine Mutter hat. Es ist nicht okay. Ihre Gefühle sind hart, dass wir mit diesem Weg sind. Oh, okay. So you don't believe in her anymore, either? This is not about your mother. What you have done is lie. Wunder where I learned that. That's quite enough. Since when do you always take his side? Since he became the one making sense. Look, I was only thinking about going to Odin. But I swear it's for a good reason. There is no good reason to go to Odin. You'll only cloud your mind. But I'd be going for us. I gotta stop something bad from happening. Something bad did happen. Look at me, at Freya, at Tia. Odin did this to us. Well, it's got every one catawal in all of a sudden. Atreus wants to go to Asgard. Asgard? Get kicked in the head or something? Great. I guess everybody's against me now. You must choose who you are going to be. Are you going to continue to lie and keep things from me? Or are you my son? Choose? I never get to choose. Just leave me alone. Listen. Let go of me. Set, let go of me. Oh nein, nicht hier. Dein Fell wird überall rumliegen. Du trägst Dreck rein. Und dann der ganze klebrige Honig. Der Sohnemann. Ein anstrengender, frecher, relativ talentierter Bogenschütze, aber ein Schweinesohn. Aber so ist das halt. Man ist jung. Man will sich abnabeln. Kratos hat jetzt sicher auch nicht alles richtig gemacht, aber guck dir den Typen mal an. Du kannst froh sein, dass der irgendwie dir nicht einfach permanent den Hintern versorgt. Okay, jetzt sind wir in Midgard. Das ist doch nice. Auf die Militärschule. Genau. So ist es nämlich. Aber er ist halt in seiner, das ist ein sehr guter Gag, den werde ich als meinen verkaufen. Er ist halt gerade in seiner Pubertät. Ja, er muss halt echt mal dieses Reisen lernen, ne? Und ich verstehe aber auch, er hat versprochen, dass er nicht davon erzählt. Aber du kannst doch davon erzählen, dass du jemandem versprochen hast, davon nicht zu erzählen. Du musst doch nicht quasi es immer eskalieren lassen. Du kannst doch auch mit deinem Vater normal reden. Du kannst doch nur etwas aus. Du kannst doch einen Mist. Du kannst doch nicht aus. Du kannst doch einen Mist. ja wenn ich figure out where to go next nein 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 der lenkt die ab ich hätte nicht schießen das war nicht gut jetzt vielleicht das soll nun mal einer sagen der simon block nicht oh Oh, mehr Ravens. Du versuchen mir etwas zu erzählen? Erst er denkt, dass ich nach Asgard bin. Ja, aber nichts sagen ist doch auch Lügen. Die Affe! Nein, das Falsche! Shit! Warte! Okay. Die Affe! 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 Ah, geil! Man kann die betäuben und dann benutzen. Wie ist dein über Wahna? Du hast nicht geschossen! Die Affe! Die Affe. Ah, komm! Das gibt's doch nicht. Ah, komm! Ich find shelter, und dann was? Wo kann ich gehen? Wenn ich in Asgard gehe, folgen die Prophezei, wo der Vater endet, wenn ich in der Hause bleiben, dann kann ich nichts machen, um es zu stoppen. Ich glaube, in Asgard, ich könnte zumindest einen Augenblick auf, Odin. Ein Spieger. Findet ihr plan. Und da macht er dann genau das Falsche. Aber es ist wirklich... wenn wir in Asgard gehen? Wait, das sind die Räume? Freya's house! Oh, nein! Oh! Oh, nein! Charlie! Bitte... Bitte! Charlie! Oh, lebt noch! Oh, lebt noch! Ich bin hier jetzt. Ich bin hier jetzt. Ich muss dich wärmeren. Ich werde dich wärmeren. Sie werden müssen, um mich in die Haus zu lassen. Ich glaube, du kannst das machen? Come on, Charlie. Du musst das machen. Ich... Ich kann nicht... Ich kann mich, wenn du nicht... Emily! Emily! Good! Good boy! What a mess. Ich weiß, buddy. Ich weiß. Ich weiß. Es ist cold in hier. Freya hat sich nicht auf dich? All right. Hey. Too busy hunting us down. Come on. Let's get you warmed up. You should be able to make a fire from all this mess. Wow. It's... Beautiful. Never seen anything like this around here before. Ich dachte, du suchst Kram zum Feuermachen. She must have really missed it. I can't believe she never came back to check on her house. To check on you. That's not an excuse. You're welcome. Where do I go now? Where do I go now? I can't stay. I just can't let my dad die, too. There's gotta be something... I can do. It's okay, buddy. I think he's here for me. I'll be okay. I think. Okay. I'm ready. Take me to him. No! Okay. I'll go. Take me to him. Okay. No! Oi! Ginger! Money. Oh, dear. Should have learned to swim before Midgard froze over. Hello? I'm here. Odin? Bert? Is this Asgard? Hey, wait up! Where ever this is, it's beautiful, not a sign of Femblewinter. The wall! This is Asgard! Hold on! I'm coming! Okay. Okay, hier wird wieder gekämpft. Okay, Leute, es fällt mir auch schwer, aber ich muss jetzt hier Schluss machen. Ähm, wir haben jetzt 17,5 Stunden gespielt. Das ist immer noch knapp ein bisschen mehr als die Hälfte, je nachdem wie man spielt, könnte es auch weniger sein oder also mehr als die Hälfte. Äh, das war's jetzt erstmal. Heute Abend werde ich weiterspielen. Heute Nacht eher, wie jede Nacht um 12, werde ich nochmal anwerfen. Und natürlich findet ihr alle Videos auch immer auf meinem YouTube-Kanal. Tut mir leid, Leute, ich muss, äh, ich muss jetzt auch mal, es ist 7 Uhr, ich muss jetzt mal mich langsam auch um die Familie kümmern. Außerdem will ich noch eine Folge Game Mon aufnehmen. Das mache ich dann jetzt gleich um 12 etwa, knallhart. Aber ihr findet, wie gesagt, diesen Part, den ich dann heute aufnehme, dann auch morgen, irgendwann morgen, Abend, spätestens übermorgen, als Komplettpaket immer so 6, 7 Stunden auf meinem YouTube-Kanal. Da ist generell immer alles, da ist auch jetzt schon, sind die ersten 6 Stunden, da kommen heute die anderen 6 Stunden und jetzt kommen hier nochmal ein paar Stunden. Also, ihr könnt genug gucken. Ihr könnt aber auch gerne bei Nils vorbeigucken, der spielt natürlich auch God of War. Ede spielt, glaube ich, immer noch Divinity und generell ist jeder heute mit diesem Titel immer wieder mal gern gesehen. Es werden einige Leute spielen. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, für die vielen Abos, für die netten Gespräche, die guten Gags und auch eine Menge andere Sachen. Jetzt werde ich aber erstmal Schluss machen. Habt ihr jemanden, zu dem ich euch gerne schicken könnte? Ich sehe Dalu mit New World, Lumenti mit God of War, Ragnarök. Dann sehe ich noch Orange Morant mit GTA 5 und natürlich Gronkh mit einem besonderen Event. Wollt ihr vielleicht einfach kommen? Ich schicke euch mal alle zu Gronkh und einem besonderen Event. Ich weiß nicht, was das ist. Ich sehe Menschen mit Kerzenständern zusammen verkleidet rumsitzen. Ich könnte mir vorstellen, das ist Pen & Paper. Ich weiß es nicht. Aber warum nicht einfach mal dahin? Krogi macht gerade den Ukraine-Spenden-Stream. Ja, das ist auch schön. Da habe ich jetzt leider gerade nicht gewusst, dass Krogi am Start ist. Aber ich habe hier eh, weil ich ja mit God of War, das ist nicht sehr klickträchtig auf Twitch. Deswegen habe ich eh nicht viele Leute, die ich da hinschicken kann. 500 Leute sind es nur. Die Leute wollen es einfach selbst spielen. Und das kann ich sehr gut verstehen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Geschichte, die Krog gerade macht. Und ja, wir sehen uns dann heute Abend wieder. Bis dann. Vielleicht habt ihr ja Bock ansonsten YouTube. Wir sehen uns. Tschüss. Und damit sind sie weggeschickt. Und wie ihr seht, geht hier noch einiges. Es gibt noch einiges zu kämpfen. Das werde ich mir aber aufheben bis heute Abend. Und dann gehen wir den Hauptpfad von Kratos so noch mal ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, wie das endet. Ich weiß es wirklich nicht, wie es endet. Aber ich hoffe, es nimmt ein gutes Ende. Aber es ist wahrscheinlich, dass es unwahrscheinlich ist. Gut. Macht's gut. Hab euch lieb. Wir sehen uns hier. Nach diesem Ding geht es noch weiter. Bis dann. Tschüss. Und God of War. Ragnarok. Eben gerade habe ich schon mal gespielt. Da hatte ich aber leider Mikro-Probleme. Deswegen geht es jetzt einfach direkt an der Stelle noch mal weiter, wo wir eben waren. Und zwar hier. Mit Atreo. Dem doch gesagt wurde. Geh bitte nicht nach Asgard. Und was sehen wir hier? Das sind die großen Mauern von fucking Asgard. Und der hatte wirklich... Der Vater wollte eine Sache von ihm. Und das lustige ist, wegen dieser Sache haben sie sich gestritten. Er sollte nicht zu Odin gehen. Und das Resultat dieses Streites ist, er geht zu fucking Odin. Das soll mal einer verstehen. So. Ähm. Und wir... Sind natürlich noch nicht da. Aber das wird gleich kommen. Nehme ich an. Aber ich bin natürlich immer noch der Sohn meines Vaters. Und deswegen will ich jede Kiste haben. Und jeden kleinen grünen Klecks, der hier rumliegt. Du könntest mich über die Kiste haben. Du kannst mich nicht töten. Du kannst mich nicht töten. Du kannst mich nicht töten. So. Ich hoffe ihr seid bereit für eine weitere kleine Session von God of War. Wenn ich das richtig deute, dann wird es jetzt erstmal eine Weile lang mit Atreo weitergehen. Oh. Oh. Ja, gefährlich. Ich weiß es. Du hast es. Ich sehe ihn. Oh, kommt da noch mehr? Oh, immer noch einer. Okay, endlich kriege ich die Kiste. Ich hätte euch alle auch in Frieden gelassen, wenn ihr mir einfach nur diese Kiste gegeben hättet. Ach, schön. Schon sind wir wieder dabei. Alter, das war viel Hack. 500, das ist nicht wenig. Das ist ein Drittel Adrenalinspritze für meinen lieben Vater. Und er hat die doch so gern, die Adrenalinspritze. Ich habe schon einige davon bekommen. Und er steht immer noch. Ja, ich begrüße alle, die jetzt reinkommen. Was soll ich sagen, Odin? Uh, hi. Ich bin dein Freund, ich glaube. Aber das bedeutet, dass ich, wie, servee dich jetzt. Nicht in einem Foretold-by-Prophecy-Kanal. Ich bin dein Freund, ich bin dein Freund. Ich will halt irgendwie auch mal ein bisschen was anderes machen, als nur diese Moves. Deswegen versuche ich ab und zu mit dem Bogen ein bisschen Stubel reinzudringen. Aber das funktioniert nicht so hundertprozentig. Nee. Jetzt bin ich auch noch angeblaut. I blut myself. So, wo ist der? Sind die alle weg? Das ist ein guter Rat, den du dir selbst gibst. Ähm, wie lange machst du? Lohnt es sich, ein Bier zu öffnen? Ja, mach es auf, denn ich bin hier noch ein bisschen länger heute. Ich will auf jeden Fall noch die Geschichte von... Ja, ja, ja. Die Geschichte von Atreus möchte ich schon noch zu Ende... Also zumindest diesen Part hier, diesen Akt möchte ich noch bis zum Ende durchsehen. Okay, ich bin Niklan. Wie lange streame ich schon? Ich bin jetzt, glaube ich, in der siebzehnten Stunde. Ich bin also noch nicht durch, aber hab schon viel gesehen. Hab auch schon... Also mein Urteil ist gefällt. Sehr, sehr geil. So, warte mal. Hab ich hier auch irgendein Äquivalent zu den Flammenklingen? Warte mal. Nee. Hm. Aber ich kann die ganz sicher holen, die Kiste. Das geht doch auch gleich wieder weg. Gleich wenig. Nee. Okay. So, jetzt probier ich's noch mal mit dem Feuerbogen. Nö. Wille nicht. Hm. Vater würde das einfach mit seinen Bladen wegbeißen. Aber was kann ich tun? Hm. Vielleicht kann ich die Tidro-Magie auf meinem Boot rauskommen. Was sagte Brock? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Aha. Verwenden Sie Siegelpfeile L2 und L2, um Flammen auflödern zu lassen. Verbinden Sie Siegel, um Flammen zu übertragen. Nee. Das war's nicht. Ah. Ich glaube das hier. Ja. Ach nee. Nee, nee. Moment. Okay, klar. Ja, das haben wir ja schon. Also, ich mach's nicht hundertprozentig richtig. Aber irgendwas ist auch richtig. Irgendwas ist da schon richtig. Nur noch nicht hundertprozentig. Okay, also jetzt. Ich weiß es de facto nicht. Gerade nochmal gucken, ob man hier irgendwas anderes machen kann. Nee. Danke für die Erklärung. Also, wenn es jemand weiß, ich weiß es grad nicht mehr. Ja, ich hab nur die beiden. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Aber ich hab ja zum Glück weiter unten nochmal ne Kiste, mit der ich genau dasselbe üben kann. Da unten ist die doch. Ähm, okay. Dann checken wir mal, wie das jetzt genau funktioniert. Ah, okay. Nee, nee. Das muss so und dann muss das irgendwie hier so verbunden sein. und dann ja. Also, man macht diese Siegelblasen, kann die kombinieren und einmal Feuer reicht dann für alle. Das find ich gut. Suchender Siegelpfeil. Ja, das hab ich ja schon gemacht. Ein suchenden Siegelpfeil. Komm, das probieren wir mal aus. Es ist auf jeden Fall einfacher, nur ein Waffen Setup zu benutzen und immer weiter zu verbessern. Aber das Wechseln macht halt auch einfach Bock. Danke, Templarscharf. 86. Gut, gut, gut. Das klingt wie Leute. Du brauchst Hilfe? Du, äh... Du fühlst dich ein bisschen verrat. Oh! Ich bin nur... ...gegen meine Bank. Ja, es gibt nichts zu sehen, außer die große Wallen. Ist da eine Gate zu durch? Nein! Nicht nur, dass du ein Aesier-Gott bist, aber ich glaube, dass du, wenn du ein Aesier-Gott bist... Ich? Nein. Ich bin von Midgard. Was? Nein, ich bin auch. Ich bin Skildeer. Loki. Warte mal. Du bist alle von Midgard? Ja. Die, äh... All-Fathers haben uns aus der Desolation gelegt. Wir haben uns ein guter Ort, aber... ... wir gehen nicht in da. Wir können nicht in die Stadt, wenn du wissen, magisch. Du... Du... ...nach wissen magisch, hast du? Ein bisschen, ja. Was? Kein Scheiß? Kannst du durch die Wallen gehen? Noch nicht. Ah. Ich kann nicht einfach über die Wallen gehen? Ha. Ha. Without any gear? Eh... No. Aren't you afraid of dying? Well... Yeah. I mean... Look at that. Ist machbar. Odin awaits. Wait. You know the Allfather? I'm... Sort of his apprentice. No! Shit! What is he teaching you? I'm not sure. Well, how many other students? I don't know. How long you stayed? You don't know. Okay. I'm gonna go climb that wall now. Well... This I gotta see. Need help? Appreciate it. But... I gotta go alone. Oh, I was gonna climb with you. I may owe Odin my life, but I don't owe him my death. Not that I think you're gonna fall. Forget I said anything. Is that Hoogan? Is Hoogan your guide? Who? Odin's Raven. You know... From Hoogan and Moonen. He's a pretty good guy. Though... Not sure, he'll know... Too much... Yeah, yeah, yeah. Mach du mal. Ich nehm hier grad mal eure unersetzlichen Reichtümer der Familie mit. Hm? Was? Well... Loki, you seem like a good guy. I really hope I'm not about to watch you die. Thanks. Me too. Wo ist Kratos eigentlich? Ja, Kratos ist, äh... Zusammen mit den Zwergen in deren Haus-WG. Wo ja mittlerweile immer mehr Leute... Äh... Drin wohnen. Yeah, that's great. Can I use that? I mean... A little ironic, last words, but... What was that? Nothing. Nothing. Hey, you're doing great! Naja... Ähm... Und da hängt der rum und da ist der vor allen Dingen sauer auf uns, weil wir... ihm nicht erzählen wollen, was in den letzten... Tagen passiert ist. Wir waren ja zwei Tage weg, haben da unser Schicksal gelernt. Das beinhaltet auch, dass Kratos... Also, ich will jetzt nicht spoilern, das beinhaltet auch das Schicksal von Kratos. Und... Er hat da keinen Bock drauf. Und jetzt macht er aber genau das, was dann dazu führt. Das ist das Verrückte. Weil wahrscheinlich dadurch, dass... Ich spekuliere jetzt, aber dadurch, dass Kratos ihn retten will, natürlich... Legt er sich dann doch mit Odin an und dann stirbt er. So kann ich mir das vorstellen. Kratos ist Kippenholen, ja... Also, schnell Kippenholen. Ja, war... War eh nie ein guter... Der war nie da, wenn's mal wirklich wichtig ist. Okay. Ich kann das tun. Das ist gut. Kommen. Kommen. Und jetzt wo? Kann natürlich gut sein, dass der Fimbulwinter hier... Dafür gesorgt hat, dass die Flüsse über die Ufer treten. Und das hier alles so ein bisschen eingesumpft hat. Genaueres werde ich dann wohl wissen, wenn ich endlich... Mit dem Kollegen Odin mal zusammenhänge. Ich glaube nicht, dass du die Zeit über eine Geschichte erzählst. Würdest du? Ja... Das ist was ich dachte, dass du sagst. Ein Weiß? Hier? Wie geht's? Wieso? Ah, komm, ey, wie kann man so oft dagegen... dagegen schießen, ey? Wie geht's? Wieso? Okay. Okay, deswegen bringen die nix. Der nimmt die einfach auf. Der macht da gar nix mit. Stimmt, mit dem muss man ja mit normalen normalen Schüssen beikommen. Nein, der falsche. Na, endlich. Oh, nein. Ey, die machen dann immer extra fertig, diese fliegenden Gegner. Das sind meine absoluten Hassfiguren hier in diesem Spiel. Zum einen entkommen sie jedem Schlag, dann muss man sie extra nochmal anvisieren und dann hat man ja auch keine Homing-Würfe. Wobei, jetzt hab ich ja ein Homing-Äh. Ich hab ein Homing-Pfeil. Na gut, werden wir gleich merken. Jetzt hab ich den ja endlich ausgerüstet. Ja, ich komme. Lass uns die Hormone anziehen. Ja. Nee. Na also. Na also. Ich wundere, warum ich nicht deine Gedanken hören kann. Es ist sicher, wie Odin könnte. Das war dich in unserem Kabin, nicht wahr? Du und deinem Bruder, ich glaube. Das nehmen wir für ein Ja. Sprechen. Und Ja. Ja. Ich glaube, ich bin über die Worste der jetzt. Oder nicht. Uh, want to just let me pass through? No? Have it your way. Papa! Oh, shit. Alter, voll die Selbstmord-Flummis. Oh, Kiste. Ach, scheiße. Immer noch nicht, ne? Ich will das jetzt von hier machen, damit ich nicht extra hochlaufen muss. Ah, okay, komm. Immer diese Kistengier. Oh, ja. Ah, okay. Ja, das macht Sinn. Ich denke. Wir müssen beide Seiten machen. Ja, ich meine, ich weiß es doch, mein Freund. Aber ich komme noch nicht dahin. Oh. Ups. Dachte, ich fall gerade runter, aber das geht ja hier eigentlich nicht. Oh, es geht. Oh, es geht ja hier. Hier geht's! Oh! Made it! Ah! We'll come for a win! Giampa! Oh shit, okay. Okay. Hey, you get to fly. I'm doing what I can. Hey, danke Mr. Fraybie für dein Abo. Danke auch an das Templer-Schaf. Also bisher war die Mauer eigentlich durchaus machbar. Ich sehe nicht mehr Shortcuts. Ich muss nur ein bisschen weiter gehen. Vielleicht ein bisschen weiter. Aber ich bin so weit gekommen. Hey, Hugin. Wie kann ich dir eine Geschichte erzählen? Once, da war ein Giant named Loki, der gedacht, es wäre eine gute Idee, zu akzeptieren Odins Invitations in Asgard. So? Odin testete Loki. Er erwartet ihn, von der Klinik, von ihm selbst, all den Weg nach Riemters Wall. So, was hat Loki... Ah! So, was hat Loki getan? Er durfte... ...klettern. Ich wüsste nicht, wo du hier klettern sollst. Aber gut. Er macht's halt. Aber... Er hat auch vom Besten gelernt. Sein Vater ist wirklich der Allermeisterkletterer. Sein Vater ist wirklich der Allermeisterkletterer. Seine Arme hattet. Seine Fingern ging weg. Er war schwer zu breathieren. Loki... ...klettern. ...klettern. One... ...foothold... ...at a time. All the way... ...to the top. Nowhere to go but up. Okay. Okay. Keep going. Come on. Can't stop now. Ah! Komm schon! Okay. Okay. Ich kann das machen. Ich kann das machen. Ich kann das machen. Almost dort. Ich kann das machen. Also es ist schon interessant, wie... wie... wie böse er jetzt eigentlich ist und warum. Hallo. Äh... Hi. Also... Du wurdest doch eingeladen. Ich wurde eigentlich... ... von Odin? Der Allgemein hat dich für dich. Great. Then why are you out there? And not in here? Why don't we ask them together? Hm. Are you finished? Now... What could Odin... ... our father... ... King of the Aesir... ... possibly want with the likes... ... of you? That's between me and Odin. Erzähl ihm nichts. Nein, erzähl ihm alles. Der lässt dich sonst fallen. You don't even know, do you? Auch wahr. I think you could pull me up or... No, I don't think I will. I think maybe I'll drop you. No. No, 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 no. Yes, I'm going to drop you. Goodbye. Wait, wait, wait! Think how mad the Allfather's gonna be when... ...when he finds out you killed his guest? Loki of the Jotnar? The Jotnar. Enemy of my people. I am not your enemy. I will be the judge of that. Ja, so toll kannst du auch nicht sein, wenn... ...dein Job ist hier auf der Mauer rumzustehen die ganze Nacht. This way, Loki of the Jotnar. Hey, is that Jallarhorn? Are you Hando? Obviously. Now feel free to drink in the splendor of Asgard. This is a rare sight for outsiders. Especially giants. Yes. Why not steal anything that is not nailed down? That is sure to impress your hosts. Lass mich. Ich klau einfach gern. Das ist mein Hobby. Cornerstone of Civilization in the nine realms is not really your cup of tea. Let me see. Let me see. Oh, uh... No. Just ask your questions already. How do you know I had questions? It is my job. Next question. What is your job? I protect the realm I love from trouble. And you think I'm trouble? You just met me. And I can already see you are eager to prove yourself. Way too eager. Probably due to an overshadowing father figure you can never live up to. I agree with you. It's a shame. It's just that tomorrow he is universal. Entitled. Impulsiv. You don't know me at all. I help people. Oh. You are here to help people. Hmm. No. No. You are here to help yourself. Das ist Loki. Das sind so gute Sätze. Alter, bist du Poet oder was? Wer hat dir das denn geschrieben? I see your mouth moving and cities burning. If you are here to aid the Allfather and have no treacherous intent, I guess that makes us allies. Ghoulthoper. Who loves me the most? Who loves me the most? Wow. That's almost as impressive as Baldur taming a dragon. Baldur had the luxury of not caring how badly he got burned. But I think them. Dominate them fair and square. Ich werde da gleich auf den Rücken springen. Ich muss kurz eine Sache mal machen. Mir ist nämlich eben aufgefallen, dass schon wieder Soundeffekte fehlen. Das ist ganz komisch. Ich habe das ja nicht umgestellt oder so. Es hat einfach irgendwann angefangen. Sieht hier aber nicht so aus, ne? Vielleicht ist es genau irgendwie noch auf 3D ausgeglichen. Wie kann ich das integrierte Fernsehlautsprecher, Audiogerät wird festgelegt. Ja, ich kann es ja eh nicht ändern, ne? Aber schon komisch. Okay, hier ist auch nichts ausgestellt. Komisch. Also da fehlt irgendwas an den Soundeffekten. Okay. Jetzt gucken wir uns das alles mal an. Danke, Pixel Pole und Mr. Kack Popoloch. Wow. Sind diese alle Aesir-Göder? Was? Du denkst, alle Aesir-Göder sind Göder? Aber Schilder hat mir gesagt, dass nur... Oh, well, Schilder hat dir gesagt. Clearly, wer das ist, muss die Autorität an Aesir-Göder, nicht den Aesir-Göder du gerade bist. Du wirst nicht wissen, was unsere Kultur ist. Ich weiß viele Dinge. Ich weiß ein Giant, die diese Wand gebaut. Ein Giant. Die Wand gebaut, die die Geister hat, die Geister hat. Kramther, son von Thaumur. Ich weiß die ganze Geschichte. Wirklich? Ich kann wirklich nicht warten, für dich, um mich mit den Revisionist-Talen der Architektual-Historie aus Asgards. Alter, Lord Stromberg, vielen Dank. Du hast gerade in meine Community fünf Abos rausgehauen. Das sind insgesamt schon 170 Abos. Überleg dir mal, was du damit hättest machen können. Mir fällt nichts Besseres ein. Bin ich ganz ehrlich. Das ist die große Lange, die der All-Fater mit seinen eigenen Händen gebaut hat. Ich bin sorry, wenn das eine Lange für dich ist. Was für ein Asi. Aber ich liebe ihn. Ich finde ihn super. Alter, halt die Presse. Sonst bist du der Nächste, dessen schädel ich irgendwo in meine Hundehütte mit reintrage. Der Nächste, der Nächste ist nicht so gut. Der Nächste, der Nächste ist nicht so gut. Schau, wer ist nächstes? Wollt ihr sicher, dass du weiter wohnen möchtest? Wunderlich. Ich bin sicher. Ja, ich fühle mich sehr sicher. Matter of fact. Oh nein! Aeroes! Hör so! Ich mag ihn immer noch, auch wenn er mir gleich die Presse polieren wird. Oh! Das war besonders. Shit! Alter, man kann ihn nicht kriegen, ne? Krass! Der Typ ist einfach so viel besser. Danke Bungie, danke Starbuck. Ist das alles? Ist das alles, was du mir tun musst, Jogan? Oh! Wie ist das? Oh fuck! Der ist einfach zu stark. Ich muss sagen, Loki. Ich bin sehr... ...unimpressiert. Du solltest wahrscheinlich unten bleiben. Ich liebe diese Arroganz. Ich liebe sie. Great. Hahahaha! Oh, wie geil Tor ist hier. Und wie möchtest du mich aufhören? Schau dir in meine Augen. Du sagst mir. Du bist ein kranker Mann. Alle Charaktere sind so krass. Oh. 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 Ja. Heimdall, willst du einfach relaxen? Willst du mich erst einmal töten? Siehst du? Was? Das ist nicht gut genug für dich? Geh raus! Dazu muss man wissen, dass ja Ragnarök bevorsteht. Das ist ja die Götterdämmerung, wo Thor, äh, Odin sterben wird. Und er weiß davon. Wir wissen aber Sachen, die er nicht weiß. Ich glaube, er will die wissen. Die Sachen, die wir nicht wissen. Äh, die er nicht weiß. Die wir wissen. Die Sachen, die wir wissen, wie du sagst hast? Ich denke, wir sollten nicht über mein Vater sprechen. Das ist nicht gut. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht übernehmen. Ich bin meine Ex-Win und mein Vorbeinigerer, er ist nicht genau ein Unbiased-Winiger. Aber du, du bist sehr interessiert. Und du bist offenbar. Riest, Miest, Carry on, pretend I'm not here. If I'm being honest with you, Loki, you're lucky my offer still stands after you went and sprung Tear. But I suppose spending time with him is punishment enough, isn't it? At least Mimir never lost his sense of humor. But look, that's all behind us now. I like to keep looking forward. Hey, hey, hey! I want that train! Just keep it below the neck, alright? Is that really what you do, when I'm not here? Queen Gana. The Einherjahr are ready for your blessing. That's why I'm here, isn't it? I guess there's a new Valkyrie Queen. Great soldiers, these Einherjahr, but they tend to come out of Valhalla a little foggy. I do what I can for them, help them remember who they were in life. That's important, don't you think? A sense of identity. There's things meaning. Moon-thin-nafen. Rostar. Moon-thin-nafen. Warm. Moon-thin-nafen. Moon-thin-nafen. Möchner. Moon-thin-nafen. Yeah, yeah, brother! What's up, brother? Let's hit some beers! Okay, nächstes Mal. Ah, Leute, gut. Diese sind für ihn. Ich verstehe, du bist ein wütender Reiter. Diese sind nur ein paar Dinge für meine persönliche Kollektion. Äh, danke. Jürgen, die besser nicht Muschröme sein, ich schau. Hör, ich erinnere dich für dich, aber ich bin wirklich nicht sicher, was du von mir erwartet hast. Jetzt bist du, Loki. Ein Schritt für mich. Studie da, Karl. Aber mit allem Respekt, du musst wissen, ich kam zu studieren, nicht zu servieren. Ein weiterer Servant ist das letzte Ding, ich brauche. Ich brauche jemanden mit drive, mit curiosity. jemanden will initiative. Das sieht gut aus. Aber warum mich? Ist es weil ich halb-Giand? Großartig, so ist Thor. Erlund. Try zu bleiben, für mich. Okay, aber... Look. Don't overthink it. I have a project I think you'll be interested in. A major learning opportunity. For both of us. What about my family? My friends? I need to know nobody's gonna get hurt. Why would I hurt anybody? The truce is all I've been asking for from the start, if you recall. Look, you're here now. Stop worrying. It's all gonna be fine. Almost to your room. My room? Yep, just over here. Feel free to come and go. Take what you need, poke around as you please. You're not my prisoner. And more importantly, I'm not your father. Der ist ein Mitschnacker. Der ist ein Mitschnacker. Der ist ein Mitschnacker. Der labert dich voll, Digger. Ja. Sif! You missed welcoming our new house guest. Say hello to Loki. This is him. Here. In our home. How nice. My diplomat. Everything all right in New Midgard. The refugees are fine. The situation is with the dwarves. You know who is back. Yeah, it's always something. Put those books down. We got another stop to make. Uh, sure. Wahrscheinlich Freya, oder? Freya is the einzige, die jetzt in letzter Zeit zurückgekommen ist. Und die gar keinen Bock hat auf Odin. Just over there. Oh, father. Sir. Ah. Ah. It's been too long. What's the issue now? No issue at all. If you're trying to build volatile death traps. I approve these designs personally. And not all that recently. I might add. Did you just wake up with the urge to be a pain in my ass? Hehehe. Who's the kid? He's trying to cookpockets. You know what, Derlin? You reek of cheap meat. And that is by far your most endearing character. Wer hat denn diese Dialoge geschrieben? Gib dem mal einen Hollywood-Film. Listen up. It's me. Your entire economy. Speaking. I want you to know that I have confidence in you. Confidence you can deliver me these machines as promised on time, on budget and of course safely. Ey, der Typ ist so, wie Elon Musk gerne wäre. And they're not about to start now. Right? Good. It's me. Your whole economy speaking. Ey, Leute. Was, was soll man dazu noch sagen? Damit ist alles gesagt. Auch mit dieser Ruhe. Du magst den nicht, Dream Farah? Ich mag den. Ich liebe den. Ich würd sofort täuscht werden. Für immer. Die Antworten haben mich in meiner Studie in der Halle. Oh. Und helfe dir selbst mit einem Veränderung von Klappen. Der ist ein bisschen wie Donald Trump. Ja. Stimmt. Das hat ein bisschen Donald Trump-Vibes gerade gehabt. Ach gut ey. Okay. Wieder mal. Gibt's Kram für mich. Und schon bist du seine Bitch. Der scheißt dich so zu mit seinem Geld. Wow. Ich kann das benutzen. Hm. Schön verpasst. Was braucht Arbeit? Gut, dass ich den Kram schön aufgehoben hab. Jetzt haben wir gleich den vollen Asenbogen. Äh, was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas krasses noch? Also irgendwas, was ich noch neu... Ah, da, neu. Okay. Jeder zugefügte Schaden wird erhöht, wenn die Runenfalle vollständig verbraucht sind. Das passiert irgendwie selten, weil die ja auch die ganze Zeit nach wachsen. Siegelfälle verursachten erhöhten Status. Ich weiß leider nicht, was erhöhter Status ist. Das ist doch geil. Da weiß ich doch, was Sache ist. Gegner, die mit einem Runenfall getötet werden, explodieren. Und verursachen massiven Schaden in ihrem Umkreis. Ja klar. Das verstehe ich. Die anderen Sachen teilweise nicht. Äh, hab ich schon einen? Okay. Mann, hat der Fett Kohle. Der hat hier 12.000. Ja. Gute Frage. Wenn Kratos das mitbekommen würde, bekäme er eine Art Dauergrunzen oder b. Ein Dauerwutanfall. Ich glaube, es wäre so ein Grunzen, was so langsam übergeht zu Flammen und dann explodiert er. Aber einfach physisch. Er explodiert einfach. Ohne, dass das auf irgendwen gerichtet ist. Er explodiert einfach und es ist ein neuer Mond entstanden oder so. Irgendwas. Wenn der das wüsste. Huiuiuiui. Ich bin pisst. Und ich bin nicht mal. Ich bin weder... Ich bin nur dein Spieler. Ich bin nicht dein Vater. Ich bin dein Bruder. Ich bin nicht dein Freund. Ich bin nur der Typ, der mitgekriegt hat. Wie viele Leute sich Sorgen um dich machen. Und du bist jetzt hier einfach beim fucking Feind. Ich muss damit... Ich muss das verarbeiten. Muss ich gleich die Heizung ausmachen. Es ist genug Hitze hier. Eieiei. Eieiei. Okay. Also wir sind jetzt bei Odin. Ich muss das erstmal verarbeiten. Wir sind bei Odin. Odin scheint auf den ersten Blick ein cooler Typ zu sein. Aber wir wissen natürlich, er ist ein absolutes Monstrum. Er ist ein Arschloch. Einfach ein egomanischer Diktator, der auch vor Massenmord in keiner Weise zurückschreckt. Er ist das Schlimme an dieser Welt. Aber halt auch der Mächtigste in dieser Welt. Und unser Vater will ja eigentlich gar nichts mit ihm zu tun haben. Wir sorgen immer wieder dafür, dass diese Scheiße passiert. Und ich fühle mich auch ein bisschen schuldig jetzt. Naja. Odin scheint mir hier sehr verwirrt. Ich glaube, das ist alles... Das ist alles Taktik. Ich glaube, der weiß, dass Ragnarök am Start ist. Und er hat einen Plan, irgendeine vage Vermutung, irgendeinen Plan, das mit unserer Hilfe zu verhindern. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, was er sich denkt. Wir werden es erfahren. Und wir haben ja diesen einen Wissensvorteil, dass wir wissen, dass die Person, die Odin diese Prophezeiung gegeben hat, dass Ragnarök das Ende von allem ist, dass diese Person gelogen hat. Denn sie hat verheimlicht, dass nur Asgard vernichtet wird. Also Asgard und Odin und alle seine Leute und der arrogante Fazke von vorhin, all die sterben. Aber die Welt, die Existenz bleibt bestehen. Die anderen acht Realms bleiben bestehen. Und das wissen wir, aber vermutlich Odin nicht. Aber so wie ich den hier kenne und ich kenne ihn gar nicht, glaube ich fast, dass der das auch weiß. Das würde mich null wundern, wenn der das jetzt auch weiß. Was sagst du? Der will ihn töten. Naja, also Moment. Kratos will Odin ja eigentlich nicht töten. Der will sich ja eigentlich seit dem Anfang, seitdem er in dieser neuen Nachbarschaft aufgetaucht ist, will der nur seine Ruhe haben. Aber alle kommen immer zu ihm und dann muss er die töten. Weil das ist, was er macht. Er tötet Leute. Aber nur zum Selbstschutz. Apropos. Ich muss sagen, die Ironie ist mir nicht verloren. Das war sein Haus, weißt du? Sein? Mein Bruder? Dein 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 Bruder? Ich hatte keine Ahnung. Aha. Und jetzt ist es dein. Spaß! Es ist alle hier sind Psychopathen. Es ist alle hier sind Psychopathen. Es ist alle hier sind Psychopathen. Gehe mit mir. Ja, ich befürchte auch! Ich vermisse deine Schlüssel. Ich komm gleich dazu. Ich liebe, dass die so down to earth sind, obwohl sie halt Götter sind. Dass sie sich über sowas überhaupt Gedanken machen. Dass sie das nicht einfach mit einem Fingerwisch irgendwie einfach anders machen. Nein, hier wird noch Hand geschnitzt, aber Götter haben halt die meisten Sklaven. Eine Antwort auf ein interessantes Thema, das Katrana gerade angesprochen hat, ohne dass ich eine Ahnung habe, Odin wird Kratos töten und der Sohn wird alle anderen töten. Das ist natürlich der Elefant im Raum. Ob es passiert? Ich glaube, man kann Kratos nicht töten. Du bist in der Valkyrie-Trainung? Hast du Zeit, um es zu sprechen? Ich ging nur zum Großbritannien. Aber wenn du zu arbeiten gehst, der Großbritannien studiert ist nur an den Städten. Nein, ich wollte mit dir reden. Wie kriege ich solche geilen Fleischschultern wie du? Die ist auf jeden Fall muskulöser als ich. Im Spiel, meine ich natürlich. Das war jetzt also Truth? Ja, ich verstehe. Ja. Sie sehen mich schreit und sagen, ja, ich verstehe. Ich... Ich... Uh-huh. Ja? Ja, okay. Er wird ein Ferngespräch. Sie sehen, das ist du, der mir nicht zu sprechen lässt. Nein, Huguen, ich brauche nicht meine Augen zu clean. Ich brauche, du stoppst zu kratzen und und akzeptiere die Antwort, du weißt, ich werde geben. Er streitet original mit seinem Sekretärenraben. Der Gott aller Götter. Ich war nur... ...hier nachschauen. Das ganze Ding? Ich habe das seit... Hm. Wer kann mich erinnern. Du hast einen Namen? Ingrid. Wirklich? Ja, warum nicht? Warum kriege ich jetzt ein extra neues Schwert? Na gut, endlich. Ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Danke. Ich meine, wirklich. Und sie sagen, ich bin der schlechte Typ. Komm, wir gehen. Du bist willkommen. Jetzt muss ich gerade gucken, weil eigentlich bin ich nämlich da hingegangen, weil ich dachte... Oh, wie ärgerlich. Ich dachte eigentlich, ich kann jetzt mit der Kollegin nochmal ein bisschen zugucken, aber ich bin die falsche Öffnung langgegangen, die falsche Treppe. Und deswegen bin ich jetzt hier. Aber ich wette, das kommt alles später noch. Hat der Punkt. Das sind diese kleinen schwebenden Symbole. Was ist es? Das ist was mich. Du fühlst es, nicht? Es fühlt sich... ...Knowledge. Truth. All Truth. All the answers. Wir können herausfinden, warum wir hier sind, wie wir uns hier verändern, wie wir unsere Fates verhindern. Stopp Ragnarok für gut, vielleicht. Schaupp die Leute wir lieben. Wie? Ich war ein junger Gott, als ich ihn gefunden habe. Ich habe ein Leben studiert, folgert alle Kluge, auf jeden Fall des Todes, und schaust für eine, endlich, eine Neue. Sie sehen, dass es die gleiche Mystische Energie gibt. Es öffelt ein Kratz. Kannst du nur in der Mitte schauen? Ich würde das nicht sagen. Ich würde das nicht sagen. Ah... Was ist die Mast für? Ich weiß nicht, was es? Es sind nicht von den Nine Realms. Es ist... ...smoder... ...Obsidioni Spitha. ... 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 Alter, du! A girl can't visit a shrine of her own volition? You're here for Sorter's marble. Maybe. You're out looking for more giant marbles? You know what this looks like, right? Like the life story of one of our people? And also maybe a storage closet. No, this looks an awful lot like Defying Destiny. The question is, what are you doing here? Are you writing my story? Odin gave that to you? It's not. Well, he did, but it's not. I'm not working with him. I would never tell him anything about Ironwood if that's what you're worried about. And I'm definitely not serving him. It's prophecy's words, not mine. I've got a marble to find. I like both of them. You're welcome to help me if you want. You're welcome. Are you sure you're up for breaking the rules like this? There aren't any prophecies of you collecting any marbles. Our endings haven't been written, right? Come on. Oh, hello there. A sentient sword. Huh. Another marble. Surtr's. No soul in it though. So he's still out there somewhere. A while back, you talked about how the Giants left. You ever think about them? All the time. They're far from here. Far from Odin and Thor. But I wonder what lands they've gone to. What seas they've crossed. What? I wanna find them. I'm gonna save my father and then I'll find them. It's starting. Who is that? Not Surtr. That's for sure. Look at all that frost. Sinmara. Hmm. Don't think I've heard of her before. And here comes Surtr. Wow. This must have been some fight. Yeah, until it... wasn't. They just stopped? Oh, no, no, no. Look. It's because they fought together. Looks like they even became friends. Ah, good friends. Sollen wir jetzt vielleicht weggucken? I think they are. Oh, what is this? Good for them. But it looks like they're... Hmm. Love caused them to combine into some kind of huge creature. Ragnarok. And then... Ragnarok destroys Asgard. Right. I saw that in Growers' Shrine. Well. That was... Something. Oh, hey. Remember the snake we put that soul in? Can't really forget that. I saw it. It's getting... Bigger. Like... Faster than normal bigger. Yeah. I had a feeling that would happen. Huh. I'm gonna hang back here. Don't want your, uh... Friend to see a giant he missed. Of course. Just... Be careful. Please. You too, Loki. Hey, Ingrid. I think Thor died from... You thought you could defeat the God of thunder? Oh. Er is genau so arrogant, wie der Thor aus dem MCU. Nur der hatte seitdem halt einige... Einige Verbesserungen. Vermenschlichungen. Ja, das war sehr interessant. Und oft frage ich mich bei solchen Geschichten, ähm, welche davon sind optional und welche davon gehören zur Hauptstory, die man auf jeden Fall sehen muss. Äh, ich nehme an, das muss man sehen, aber es fühlt sich so an, als wäre man einfach nur kurz ein bisschen rumgelaufen. Ja, das war eher das, ne? Er hat wahrscheinlich dem Vater zugeguckt. Ich habe die ja damals nicht alle gemacht, glaube ich. Deswegen weiß ich das nicht. Ja. Das... Ja. 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 Ja, ich meine er sagt, er kämpft gerne. Du machst ja gar nichts. Ich mach doch hier den geilen Scheiß gerade. Guck mal hier, mach ich noch ein bisschen Schildi, mach ich meinen Zauberkram mit dem Bogen. Und das magische Schwert ist auch am rotieren. Aha, okay. Ja, jetzt kommt noch mal der Elch. Da ist der Finisher. Einfach nur ein Kick in die Fresse. Es könnte besser sein. Brutaler. Gnadenloser. Das geht ja gar nicht. Das hört ja gar nicht mehr auf. Es geht immer weiter. Alter, was war denn das? Ich hab gehauen. Und es voll abgekriegt. Wir könnten das auf jeden Fall getan haben. Du seien, dass du dir selbst gut genug handeln kannst. Ich war dir vertraut. Ich bin mir nicht sicher, ob er das Wort wirklich versteht. Oder ob er das einfach nur sagt, um uns was auszurüsten. Der Tor... Ja, das weiß ich natürlich, lieber Norbert from Hell. Das hab ich mir schon gedacht, aber ist trotzdem interessant. Der Tor, wie er hier gezeigt wird, ist tatsächlich mythologisch korrekt. Der Tor aus dem MCU verkauft sich halt besser und hat nur wenig mit den mythologischen Geschichten gemeint vom Charakter. Wie aussehen her. Ja, das wundert mich nicht. Das wundert mich nicht. Man konnte sich damals bei den nordischen Göttern einfach nicht vorstellen, dass jemand aussehen könnte wie Chris Hemsworth. Das war unvorstellbar. Kein Comeback? Ja gut. Scheinbar. Nein! 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 Einfaches Wissen. Sticking deine Hand in Malgo wird niemals fühlen gut. Ich habe nicht gedacht. Gut. Es ist besser in dieser Art. All right. Geh raus! Nein! 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 Ich versuche mich wieder zu spielen. Du bist ein guter Kind. Du bist ein guter Kind. Du bist noch ein Götter und ich werde dich auch kümmern. Was hat denn der Tor für ein Problem mit Riesen? Ja! 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 Alter! Du bist so ein scheiß Vater ey! Du bist so ein Arschloch! Das ist so eine toxische Familienbeziehung! Das ist so eine toxische Familienbeziehung! Unfassbar! Warum behandelst du deine Kinder so? Ich verstehe es nicht! Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe eine sehr gute Idee. Ein Veränderungszimmer. Ich bin nicht sicher, warum ich nach Asgard kam. Aber ich habe jetzt herausgefunden, dass ich nicht ein Spiegeist bin. Ich brauche Sie wissen, Sie können mich信 mir glauben. Und wenn ich das umdrehen will, ich werde das bis zum Schluss kommen. Ich brauche, dass du dich信 musst. Und das ist es. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Wenn du hier bist. Das ist es. Du sagst mir, was du wirklich suchen möchtest. Ich verstehe es. Und ich werde dir alles erzählen. Und auf diesem jungen Mann, kannst du mir信. Ich würde mich retten. Ich verstehe es. Wenn du mir nicht zerstörst. Ich verstehe es. Aber du hast einen anderen Gebäten gefangen. Aber ich will nicht von diesen. Ist das ein griechisches Instrument? Ich wundere, ob Tyr das zurückbrach. Jetzt laufe ich hier rum und klaue Odin seinen ganzen Besitz. Das ist eine große Pornosammlung. Das sind alles Pornos. Glaub mir. Alles Schmuddelkram. Oh, diese Kiste wird keiner vermissen. Den Deckel auch nicht. Warum den Deckel? Warum nicht einfach aufmachen? Die jungen Leute, keine Geduld. Achso, der Hugin ist der Rabe. Wundervoll. Guten Abend. Auch dir lecker haschisch. Haschisch. Vielleicht. Will er ja auch nichts unterstellen. Aber auf jeden Fall guten Abend auch an dich. So, mal gucken, ob wir jetzt gleich noch der Walküre beim Trainieren zugucken können. Oder ob das jetzt für immer vorbei ist. Oh, sieht das lecker aus. Käse und Brot. Was will der Mensch denn mehr? Er hier. Er ist im Käse. Valhalla. Käse. Er ist im Käse. Ja, wie lange wir das tun haben. Hey, so lange wie wir brauchen. Das ist was die Aesir sagen. Die Aesir sind die Gäste. Ich glaube, die Gäste haben Probleme zu schlafen. Und... Some of sie vielleicht. Huh. Are you trying to make friends now? Well, I just aided the Allfather. You said that makes us allies. Yes, as long as you had no trecherous. Interesting. You don't really know quite what you're doing here anymore. Sometimes I envy the Allfather. He always sees the best in people. Well, all I see is what people really are. Nobody ever says what they mean. Some lie to the world. Some lie to themselves and don't even know it. And then, there is you. You don't know what you want. You don't even know who you are. But I hope you do know this. I will be watching. Digger, 46 Raben von Odin. Beobacht mich die ganze Zeit. Es ist mir einfach egal, was du sagst. Danke an Huxen, Joe. Du hängst hier irgendwo am Grill. Völlig zu Recht. Nee, da ist nix. Hier ist Odin. Hier kam ich her. Oh. Was hier? Ah, meine Wohnung. Nee. Hey, you're back. How was it? Did Father behave himself? Yeah. I mean, better than I would have expected. I guess. Is that the sword from Grandfather's study? Oh, yeah. Her name's Ingrid. Hi, Ingrid. Wow. Allfather must really trust you. Well, glad you survived your first day. Hey, me too. Tomorrow we talk about Valkyrie's. Definitely. Sehr gerne. Da hätte ich voll Angst, dass sich nachts hier die Klingen, dass die Axt einfach aus Versehen runterfällt. Ein Nagel entscheidet darüber, ob diese Damokles-Axt dich zerteilt im Schlaf. Ihr seid alle crazy. Ihr seid crazy people. Okay, wir gehen nochmal in die Bar. In die, genau. Und hören nochmal ein bisschen zu. Don't we? In the air. The anxiety. Even from the Allfather's ranks. You're not wrong. It'd be frightening if I were so damn tired. Yeah. Can we discuss this in our earshot, you absolute idiot? I must have done something wrong. I'll get it right here. Do not. And I will. Maybe I'll get her something wrong. Just shut up and drink. But something's different. With the me. No, there isn't. Yeah, like the honey's spoiled. Honey doesn't spoil. Stop being weird. I am not being weird. You're being weird. Oh, seriously. Sif makes eye contact with people all the time, you know. Comes with having eyes. Absolutely, yes. But what did it mean? Am I in trouble? It will be. If you keep discussing this in our earshot, you absolute idiot. No, no, no. I must have done something wrong. I'll get her a gift. Do not. No, no, I will. Maybe. I almost said it the other day. How tragic for you. What was he doing? Investigating the kitchen. For what? He'd somehow gotten it into his head that someone was trying to poison Thor. What a roundabout way to commit suicide that would be. Poison Thor. Why not try to destroy a mountain using a soup spoon? That's what I told Forseti. Except more politely, I'd assume. Except considerably more politely, yes. Didn't do much to dissuade him, though. He seems, well, I'd say paranoid. But more than usual. Yeah, I can't blame him, I suppose. Anything else to report? So, Forseti the other day. How tragic for you. What was he doing? Investigating the kitchen. For what? He'd somehow gotten it into his head that someone was trying to... Ach so, jetzt wiederholt sie's. Ja, sehr interessant natürlich. Die machen den ganzen Tag über nichts, als hier das ewige Oktoberfest zu feiern. Aber... Also, die waren alle mal tot, ne? Und dann haben die so eine gewisse Form von Bewusstsein und ihre alte Seele oder so wiederbekommen. Und dann stehen die jetzt hier die ganze Zeit und bewachen den Käse. Er ist der Käsespezialist. Er achtet darauf, dass niemand den Harzer anfasst. Kommtee, sagt er, nee, nee. Und Gauda gibt's nur für Niki Lauda. Ich höre schon auf. So, jetzt gucken wir mal. Well, this has been a weird day. Exactly. Welches Rating gibst du dem Spiel bis jetzt? Ja, gibt es noch mehr als voll? Zehn von zehn, 100 Prozent. Elf. Blumen. 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 Blumen im Strauß. Ich bin total hinhergerissen. Ich bin begeistert. Ich mag das sehr, sehr, sehr. Und ich würde es jedem empfehlen. Also, da kann man wirklich kaum Schlechtes finden an diesem Spiel. Blumen. Blumen. Warum pulst du mit deinem Messer da jetzt dran rum? Ach, das Messer, ja, das hat ja auch eine Seele, haben wir erfahren. Und wir wissen gar nicht genau, wessen Seele. Vielleicht auch von irgendeinem Riesen, was ja interessant wäre, weil unsere Freundin oder Bekannte sucht ja diese Seelen gerade. Ja, okay, manche Rätsel sind ein bisschen doof, aber nie, nie, die machen einem nie schlechte Laune oder so. Die sind auch nie unlösbar. Good morning, brother. No news, I'm afraid. I have a plan. Do you now? The Nords. You found them once. Could you do so again? I could try, but I don't see how that would help. What are the fates of these lands, are they not? I would know they know. You may not find them cooperative. As long as I find them. Where do we search? Midgard. But if Atreus is an Asgard, there's no getting him back without an army. We should be raising one. Yes, nothing like a catastrophic war to improve the situation. The boy seems quite capable, perhaps if you simply give him some time. You are not free of blame here. You encouraged his foolishness, his confusion. I do not seek war. But if Odin has stolen my son, do not doubt the lengths I will go to. I believe you. Your nature has always been clear, Kratos. But you, Freya. War as a first resort? That's not the Freya I knew. I hope the Norns can give you the council you need. Perhaps mine is no longer of use here. Tyr, stop. This is no time to defy ourselves further. Come, sit, please. You have been quiet. Frankly, I'm surprised you, of all people, would seek out fate. But your instincts haven't let us down so far. Let's find the Norns. Who am I to offer you a council? I only hoped to help the boy find his answers. And I failed. What's my role in all this now? Tyr, you're at the center of this. You always have been. That's why Odin imprisoned you in the first place. He's terrified of you. I doubt that very much. It's the truth. And not just because of prophecies. No one has ever united the realms as you once did. That is not who I am anymore. I know you feel that way now. I've lost myself before. More than once. But believe me, there is something beyond that. And what is that? Purpose. Purpose is the path that leads you to yourself. So you would have me accept my fate. Lead your armies into war. Secure your vengeance. If securing our justice is not your purpose, then find another. For your own sake. Also hier werden wirklich alle fünf Minuten gute Ratschläge verteilt wie Handkantenschläge in Jackie Chan Filmen. Das ist einfach... Hier wird man die ganze Zeit immer wieder überrascht von dem interessanten Aussagen der Leute hier. The Lord and their tales of our fate it's everything I've walked away from. Das dem nicht die Füße vorne anbrennen. Der ist also der oberste Suppenmeister in der Wut. Früher war der Gott des Krieges. Jetzt ist er halt der Suppenheini. Muss jeder selbst gucken, wie er damit klarkommt. Danke, Commander Fadge. Hörst du? Oh, das? Nur wenn ich mich überrasse. Wie wird eine Trace in Asgard bekommen? Ich bin sorry, aber du musst dir fragen, Odin. Er hat Kontrolle auf jedem Weg. Ich weiß, wie hoch du unsere Expertise an solchen Dingen also ich bin sicher, dass das sehr beeindruckend ist. Er ist nur ein Schritt vor uns. Nein, nein. Schild auch nicht. Nein, nein. Hat sich ja auch seit dem letzten Mal nicht viel getan, aber man kann ja trotzdem mal gucken. Da ist irgendwas neu. Vier Sachen sind herstellbar. Vier Zauber. Amulett von, was genau? Glück, Rudenkraft, Vitalität. Und das hier? Oh, da habe ich noch nicht genug. Oder? Da steht, ach nee, Abwehr 126, 136, okay. Machen wir mal, komm. Ich habe die Kohle. Ich haue sie raus heute. Habe ich schon equipped, ne? Dann kann ich das auch mal verbessern. Und ab jetzt brauche ich schon alles Bestiengebein. Ja, die anderen Sachen könnte ich mir irgendwann mal holen. Brauche ich jetzt aber noch nicht. Jetzt gehen wir mit einem Ruhnpfeil. Ich habe doch keine Pfeile. Brauche ich doch jetzt nicht. Ruhnpfeile. Ach, scheiße. Okay, das ist das Falsche. Das ist für was anderes. Na gut. Beim nächsten Mal. Ach nee, Freya. Freya ist doch hier. Die hat doch die Pfeil doch rum. Alte Pfeile. So, was haben wir? Schalleinstellung, Ruhnwegsamkeit. Okay, ich würde... Kapazität... Das. Probieren wir mal aus. Okay, es geht los. Wir begeben uns endlich mal wieder mit Kratos auf eine Mission. Ich weiß gar nicht, was er da eigentlich macht, der Block. Ich habe mir etwas für dich. Sintry! Komm! Bevor du tracenst, in die Gäste, ich dachte, du würdest das machen. Nice. Viel Spaß. Geh mal ins Rosso Pomodoro. Das ist direkt in der Nähe von Shoreditch. Eine Pizzeria. Die haben eine Fünf-Käse-Pizza. Geh mal? Würde ich mich reinlegen, auch wenn es mir die Haut verbrennt. Rosso Pomodoro. Vertraut mir. Schön, dass sie mitgeht. So, was macht das Eichhörnchen? Der hat einen Namen. Der hat einen Namen. Schild. Genau. Da haben wir den Wächterschild. Ausgewogen. Also, der hat auch nur im Moment Fünf-Fünfzig. Und den kann ich verbessern auf Fünf-Fünfzig, ja. Aber den hier Fünf-Fünfzig ist doch eigentlich geil. Ist doch eigentlich ganz geil. Warum soll ich den ändern? Da noch. Der Rundschild der Entdeckung. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts Besseres. Nö, nö, nö. Ich bin da schon ganz zufrieden mit. Also, ihr sagt es zwar immer wieder, aber ich glaube, ich bin ganz zufrieden mit den Schildern. Ah, übrigens, wenn du in London gerade bist, lieber Commander, google mal Flat Iron. Also, flaches Eisen. Die haben so geile, geile, supergute Fleischstücke auf so einem Steinbrett. Und dann schneidst du dir das ab und legst dir das und es zerfließt dir auf der Zunge. Es ist so geil. Flat Iron. Auch in Shoreditch. Okay, den Wächterschild merke ich mir. Den werde ich als nächstes mal probieren. So, oh, so viel zu tun, ne. Der Schicksalsspruch. Okay, der Schmelzziegel. Das sind die Nebenmissionen. Ey, ganz im Ernst, Leute. Ich habe jetzt hier so viel Drama, dass ich auf gar keinen Fall jetzt eine Nebenmission machen kann. Das geht nicht. Ah, der Wächterschild ist der Zerstörte vom Anfang. Ja, okay. Ist natürlich cool, den wiederzuhaben. Aber der hat nur eine Fähigkeit und die anderen haben zwei. Also Perks. Odin invited him. Er muss auch provided a way. No. Das ist nicht die einzige Begründung. Tell me wo wir finden diese Norms. Ich habe ein paar von ihnen nach dem frozenen lake. Ich habe einen für Spellcrafting, aber wir können es auch nutzen um sie zu finden. Aber Sie wirklich wollen nicht werden. Well, at least things werden schwierig für eine Change. Wir müssen take your sled und head zu der Lake. Ach, ist ein Soho nicht shortage. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Aber du kennst das ja. da werden die Wölfe angeschnallt. Die haben aber auch lange nichts zu tun gehabt. 18 Stunden schon. Aber wir gehen vorher erst noch mal hier rein. Ja, okay, das geht nicht mehr. Meine Güte. Wie geht es eigentlich Pöttl nach seinen Austauschbesitzern? Der Pöttl ist wieder hier und hat alles direkt wieder so wiedergefunden, wie er es verlassen hat. Und pups jetzt gerade das Wohnzimmer zu. Sie haben eine zweite Opinion über deine Allege-Demise. Du hast nicht gesagt, dass du eine Death-Prophe hast? Als Atreus und ich zu Jodenheim haben, wir finden ein hidden mural. Die Giants. Faye, sie selbst, hat uns gesehen, unsere ganze Reise langsamer. Wer wir treffen, wer wir kämpfen, alles, wie es passiert. Aber du bist nicht tot. Das Bild war von einem Zeitpunkt noch zu kommen. Das stimmt. Das hat sie sehr gut erkannt. Sie wissen, die Wolves. Sie sehen, wie ihre Hände pointen der Weg? Well, die Lake of Nine hat sicherlich gesehen better days. Raiders haben sich ziemlich zu Hause gemacht. Ich bin sicher, dass ich zu diesen Parten bin, seit unserer Great Battle mit Siekren. Sie spricht sehr über diese Kampf, als auch. Sie wissen, das. Sie hat mir gesagt, wenn sie mich befinden. Sie glaubt, dass du ein Alli sein kannst, lange bevor ich glaubte. Die Valkyrie Queen. An Alli. Ich bin die Valkyrie Queen. Siegren war stöbbernden, um mich zu erinnern. Ich sollte mir gedacht, dass Siegren was, dass Siegren geholfen hat. Sie ist so loyal. Wie? Ever? Oh. Mhm. Es braucht keine Liebe Gottes, um zu sehen, wo du kommst. Ich bin die Valkyrie. Es ist nicht jemandem Leben, wenn du das sagst. Die Nords benutzen sie für ihre Weg, wenn sie außerhalb der Welle sind. Die Nords leben in einer Welle? Nein. Die Welle der Erde, ihre Haus, ist schwer zu erklären. Es gibt keinen Platz, die Entranken kommen und gehen. Ein Platz, unter der Influenz, wo das Intangible wird Tangible. Wie ... 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 Das ist so sicher, dass ich das Geräusch mag. Was hast du gefunden? Eine Liste von Provisionen braucht, um ein Essen zu vorbereiten. Eine Recipe? Wer hat das hier rausgelegt? Schauen wir uns an die Ingedienungen. Vielleicht wird die Recipe uns zu ihnen führen. Schmetterlingssternschild? Oder Wächterschild? Beides geil. Den haben wir ja schon benutzt. Komm, dann nehmen wir das Wächterschild jetzt erstmal. So, ich will kurz mal gucken, wie man da jetzt weiter agieren würde mit diesen Geschichten, die wir gerade gefunden haben. Ach ne, das sind die... So, Bestiarium ist auch nicht Wissen. Ich will nichts mehr von irgendwelchen Engpässen hören. Die Aresen haben genau das, was wir brauchen. Meine Arbeit soll nicht darunter leiden, dass es ihnen Spaß macht, uns Dinge vorzuenthalten. Wie dem auch sei, ich brauche ein Fass Öl. So viel Bündel Feuerholz wie möglich. Fünf Barren reinen Svalterheims Stahl. Und, oh ja, verdammtes Essen gegen den verdammten Hunger. Okay, die Zutaten finden, werden wir irgendwann machen. Niii. Niii. Krass. Liegt der einfach so um die Ecke. Ja, will ich schon. Will ich schon. Da kommen wir schon hin. Boah, ihr seid so gut erzogene Wölfe. Jetzt sitzen die die ganze Zeit in dieser Kälte rum und warten auf uns. Das ist aber auch nicht geil. Ähm. Mir gefällt der Titel des Streams. Ähm, danke. Ich wollte mal kurz sagen, dass ich deinen neuen Podcast sehr feiere. Die Folge über Metro ist einfach klasse und passend. Wenn man dir vor kurzem dabei zuschauen konnte, wie du es durchgespielt hast, hat man darüber nachgedacht, während des Podcasts ein bisschen Atom-Musik von dem Spiel im Hintergrund spielen zu lassen. Gerade bei Metro wäre das sehr passend. Ja, sowas ist eine geile Idee, aber das macht alles noch aufwändiger. Ja, weil, äh, wenn ich dann auch noch Musik und alles drunter stelle, also es wäre schon geil. Aber das muss man immer auch ein bisschen auswählen, mixen. Äh, da verbrauche ich dann doch schon sehr viel Zeit und die habe ich nicht. Und deswegen, ähm, bin ich froh, dass ich das einfach nur labere und gut ist. Aber ich weiß auch, man könnte viel mehr machen. Aber ich wollte es nicht zu so einer auf, aufwändigen Arbeit werden lassen. Aber vielleicht, wenn das Ding mal erfolgreich ist irgendwann, kann man auch drüber nachdenken, da mehr Zeit reinzustecken. Aber es soll eigentlich nur ein Hobby sein für mich. Ja, ich bin eingefroren. Ja, okay, besser sollte ich hier mal wechseln. Ne, hier braucht niemand eine Eis-Axt. Hier muss es... ...schön... ...warm werden. So, ich sehe noch irgendwas grünes natürlich. Vielleicht muss ich auch mal schnell umstellen auf Mut. Und mir ein wenig... ...energie gönnen. Ich sehe ja, ich sehe ja die Probleme mit dem Decken. Mit dem, äh, in Deckung gehen und das Schild benutzen. Ich habe es nur einfach... ...irgendwie jetzt wieder ein bisschen vergessen. Ah, ja, das war aber auch nicht gut. Nö, komm, da, da stirb ruhig mal. Da kommt sie und sie kann doch nicht helfen. Ähm, wir machen nochmal neu von vorne. Ich hoffe, die Norns sind irgendwo in der Tür. Und warm. Safe zu sagen. Nein, ich habe nicht mit Midgard in Fimblewinter. Danke. Wir sehen uns. Incoming fire! Mann, lass doch mal kurz einen Move machen. Ständig kommt irgendwie von der Seite einer. Ah, okay, das bringt nichts. Ah, okay, haben wir schon. Mann, ich muss einfach nur L1 drücken, ne? Aber die kommen so schnell. Incoming fire! Ja, so will ich's haben. Schön Crowd-Control. Auf der Seite! Wow. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh! Oh. Ja, baller doch mal auf den Großen. Mach doch mal eine Person und bleib bei der. So wie ich es mache. So wie es der Papa macht. Mann, du kommst nicht weg von dem Dödel. Okay, ich mach's nochmal. Danke Lizzie2Beam, habt einen schönen Abend. Ich mach das jetzt wirklich nochmal. Ich werde jetzt nicht das Ding, was so teuer ist, ausgeben. Nur für diesen lächerlichen Riesentyp. Ich hoffe, die Normen sind irgendwo in der Tür. Ich bin warm. Es ist wichtig zu sagen, nein, ich habe nicht Medgard in Fimblewetter. Danke. Wir werden sehen, dass du siehst. Mann, ich muss doch einfach nur mal abwehren. Die gehen mir auf den Seier, ey. Mit ihrem Rumkreische und dem ständigen Nervgespringe. So hörst du dich an den ganzen Tag, Alter. Was bist du denn? Bist du im Chor? Alter, und dann der Typ noch in der Mitte die ganze Zeit. Das ist alles zwei läppische Pfeile? Du bist ne fucking Valkyra und das ist alles, was du hinkriegst? Ja, okay. Ich muss halt auch einfach blocken. Ich hoffe, die Normen sind irgendwo in der Tür. Natürlich, ich bin warm. Ich würde sagen, nein, ich habe nicht Medgard in Fimblewetter gemerkt. Danke. Okay, ich mache jetzt mal was anderes. Ich mache jetzt erst den Dicken, weil die anderen kommen eh die ganze Zeit. Und dann kriege ich die ja auch durch den Schwingschwung. Kriege ich die ja mit. Oh Mann, das klappt gar nicht, wie ich es vorhatte. Mann, ich muss mehr Schild drücken. Ich bin so hundertprozentig selbst schuld. Das macht mich richtig wütend, dass ich selbst schuld bin und es immer wieder falsch mache. Ja. Das will ich die ganze Zeit shotten. Das ist so ein ganz klassischer Kratos-Move, der immer geil ist. Aber den habe ich hier noch nie benutzen können. Das ist jetzt das erste Mal. Ne, jetzt macht ihr mich nicht platt. Nicht nach der ganzen Mühe, die ich gerade hatte. Na endlich. Boah, das war hart, das war hart irgendwie. Okay, König Hrfda. Ich fühle mich gerade nicht mehr vorbereitet. Ich bin so ein bisschen aus dem Rhythmus raus. Ich habe gerade echt so auf die Schnauze bekommen, dass ich mich schon frage, ob ich nicht aufhören sollte bald. Ich kann es versuchen, zu erinnern. Ich kann es versuchen, zu erinnern. Wie läuft es mit Gitarre spielen? Ich muss gestehen, seit God of War habe ich nichts mehr machen können. Aber ich habe das Abo noch eine Weile. Ich werde das auch noch benutzen. Also ich picke. Ich habe vorhin ein bisschen auf der Gitarre rumgepickt und so, aber das ist ja nicht wirklich Training. Ich bin weiter dabei, dank Rocksmith Plus. Ich bin so afraid. Wir müssen sehen, was anderes die Wolfen finden können. Typische Nornisch-Mischung. Sie wissen, dass wir suchen. Ich habe dir gesagt, dass sie es nicht einfach machen würden. Und was hat die Hilfe eines kerstes Königs mit allem von ihnen zu tun? Distraktion? Verzüglichkeit? Wer weiß. Ich glaube, sie würden sagen, dass wir es verletzt haben, um es zu finden. Wenn du die Nornisch-Mischung finden möchtest, werden wir zurück zum Schlag. Okay, machen wir. Ich wollte nur kurz gucken. Aber ich hätte schon Bock, den Knauf irgendwann fertig zu kriegen. Aber am Ende ist es halt auch nur einfach ein Schwert-Knauf. Der wird mein Leben jetzt nicht verändern. War ja klar, dass das nicht viel macht, ne? Ja, endlich hat er mal das Schild benutzt und trotzdem einen abbekommen. Das ist doch nicht fair, oder? Ich habe es doch benutzt. Schwierig, krass. Aber ich will natürlich die Kiste haben. Alter, es kotzt mich gerade an. Was ist denn los? Also, es ist doch wirklich gerade echt wie verhext. Ich komme irgendwie nicht rein. Kratos! Kratos! Oh, es war rot. Oh, es war rot. Warum zieht der mir so viel Energie ab? Das würde ich gerne mal verstehen. Was ist denn da der Gedanke dahinter? Ich bin fucking Kriegsgott und mich macht hier so ein Lava-Heini, macht mich kaputt. Ich habe schon keinen Bock mehr gerade. Einfach keinen Bock mehr. Komm, den mache ich noch jetzt. Natürlich, er macht einen gelben, täuscht an und dann kommt ein roter. Ich drück die ganze fucking Zeit L1. Das ist einfach irgendwie, das soll nicht sein. Wieso, wieso macht der noch einen? Er hat gerade zwei von den Dingern gemacht. Warum kommt da noch einer? Erklär es mir doch mal einer. Also, das nervt mich gerade ganz extrem. Das kann nicht sein, dass der so schwer ist. Einfach nur irgendein Typ. Der kann noch einen drauf erproben. Na, noch einen. Okay, dann kommt der rote, oder was? Du hast einen Dreierangriff dir gekauft am Kiosk um die Ecke. Ganz tolle Geschichte, hast du ganz toll gemacht. Oh, dann kannst du nichts machen. Kriegst du einfach einen roten. Also, ich bin kein Fan von dieser neuen, ähm... Nee, ich bin überhaupt kein Fan vom neuen Schild. Also, sorry, ich finde das gerade richtig scheiße. Das bringt überhaupt nichts. Das Timing ist komplett daneben. Ich kann mit diesem Schild nicht arbeiten. Nee, Wut kann ich nicht einsetzen, weil ich Wut so eingestellt habe, äh... Dass, dass ich Energie kriege, was ich hier definitiv brauche. Ich verstehe nicht, warum der so fucking stark ist. Ich mach das Ding jetzt seit 20 Stunden. Das kann ja wohl nicht sein, dass der Typ stark ist. Der hängt den ganzen Tag hier in der Eisbude ab. Ah, es ist einfach das bessere Schild. Du kommst nicht hinterher. Du kommst nicht hinterher, Alter. Es kotzt mich gerade an. Alter. Du kommst nicht hinterher, Alter. Lich wert ist, Alter. Ey, er macht halt den zweiten roten Move direkt nach dem gelben und ich, irgendwie ist das Timing bei mir so verkackt, dass halt, ihr seht, ne, ich kann nichts gegen machen. Ich bin in der Zeit noch stunned. Du kommst nicht weg und Freya macht gar nichts. Wir wollen fire, Kratos. Wir wollen fire. Die Alpha. Ich, ich muss glaube ich an dem jetzt vorbeigehen und es macht mich wirklich extrem traurig. Ich kann mit dem scheinbar nicht kämpfen, ich bin oft noch zu schwach oder so, ach. Ne, ich hab keinen Bock mehr. So ein dummes Scheißkerl, echt so ein dummes Stück Scheiße. Das ist es, der Lord. Nein. Either er gewöhnt, oder er wollte zu vergessen, was er sah. Freya, du kannst uns erzählen, was du erlebt hast, als du den Norns gesehen hast? Für mich ehrlich ist, die Details sind schade. Wie wachsen sich aus einem Traum. Ich erinnere mich, dass nichts zu tun, um mich zu verändern, um meine Sonne zu verändern. Das macht mich nur mehr zu versuchen. Ich erinnere mich. Bruder, was ist deine Geschichte? Du hast die Fates in deinem Land, ja? Die legenden, die ich hörte, über die Ghosts von Sparta war sicherlich exaggerated. Exaggerated? Oh, nicht in der Brazen Bloodshed Righteous Fury-Part. Die Part, wo es sagt, dass du zurückgebracht hast in der Zeit selbst, um zu gewinnen. Das ist die Wahrheit. Die Fates von Sparta sparen alles Leben und Zeit. Die Freunde von Sparta verabschieden ihre Kraft. Soll das. Soll das. Sieht, die Wolfen haben uns hier geholfen. Lass uns... Ich fühle mich. In dieser Richtung. Ich fühle mich, was genau? Eine Illusion. Sie kommt von dieser Wall. Die Norns schlagen etwas. Redo, ich fühle die Norn hier. Ich habe schon mal so einen besiegt. Und der hatte, glaube ich, auch einen lilafarbenen Balken. Aber das war auch eine Pain in the Ass. Und, ähm, ja. Das macht mich zu wütend. Das macht mir keinen Spaß. Okay, wir gehen gleich hin. Ich wusste ja nicht, dass hier gleich wieder was krasses kommt. Oh shit, ich kann nicht... Ich kann gar nicht mehr hoch jetzt. Hallo, hier, ich bräuchte deine Hilfe. Jetzt hier. Bispädie, bis X noch der Lamm. Es ist wiedermodern. Sonst wohl wieder livre isched. Ja, ey, mach's doch schon. Nein, 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 nein. Renn, renn. Alter, ich komm nicht weg. Ja, danke. Ja, Freya, du bist wirklich von allen am wenigsten Hilfe. Ich möchte, dass du das weißt. Ja, mach du den mal alleine fertig, dann komm ich mit dem Elends Hirsch her. Also manche haben so Doppelangriffe, die ich doppelt abwehren muss. Das habe ich mittlerweile schon verstanden, aber das ist halt in all dem Trubel teilweise so was von schwer. Ja, jetzt aber. Darum will mich denn jedes Lebewesen auf diesem Planeten, auf allen neuen Realmen irgendwie umbringen. Das ist doch echt nicht nötig. So, komm, eine Suche machen wir noch. Was ist hier? Ich fühle mich nichts. Es ist nicht mit den Normen. Es könnte sehr interessant sein, in seiner eigenen Art. Was ist das Ausdruck? Du wirst nicht glauben, Muni. Diese Kress gehört zu Fjöterlund. Fjöterlund, du sagst? Jetzt ist das, wo Siegrin war. Fjöterlund, du sagst. Fjöterlund. Sie sind ein Serial, vielleicht meine Arrows. Hm, mal gucken, was hier steht. Das ist ein Schiff, das Trollen zu schlafen bringt. Und ein magisches Relikt, das als ein Körperschiff actiert. Ah, ja klar, natürlich. Ja, komm, die holen wir uns jetzt mal alle. Ich muss sie auch mehr nutzen. Manchmal ja, manchmal nicht. Ach, ich habe nicht genug. Ja, ich habe nicht genug. Hier vielleicht. Ja. Okay. Oh, nö. Jetzt bringen wir doch nicht hier so eine leckere Kiste. Da weißt du doch genau, was ich die haben will. So, diese Ausflugung ist, was sie für sie zu verlieren ist. Siegeln sprach, dass sie mit diesen Leuten zu gewinnen hat, bevor sie die Bunkerien zu sein hat. Erste Kiste. Ich komme nicht dazu. Ich komme nicht dazu. Ich sehe schon, es geht heute nicht. Das wird heute nichts. Ich glaube, ich muss jetzt bald aufhören. Ich merke, wie ich es nicht mehr hinkriege. Das Timing ist einfach durch. Ich bin leer. Ich möchte sie mit ihm zu verlieren. Siegeln sprach, dass sie mit diesen Leuten zu leben, bevor sie die Valkyries zu erinnern hat. Das guckt euch doch mal an! Das geht doch nicht! Ich bin fucking Kratos, Alter! Ich bin aus dem Hades hochgeklettert und hier kommt einfach... Das gibt's doch nicht! Das ist doch total lächerlich! Da kommt dieser Drecksgegner und macht mich alle... Eist mich ein und danach darf er dreimal auf mich draufhauen? Das ist doch einfach nur noch Bullshit gerade! Das war doch die ganze Zeit nicht so schwer! Ich raff einfach nicht, was hier passiert! Das meine ich! Was hält der denn aus? Sagt noch, wirklich! Absolut! Für 700 läppische, dreckige Silberfetzen! Ganz ekelhaft! Ja, ja! Du machst das! Ich habe ganz viele Fragen! Zum einen, wie kriege ich die Kette wieder runter? Wenn ich jetzt die Kette runterkriegen könnte, könnte ich da hin... Das ist so geil! Kannst du spielen? Nein! Kannst du spielen? Ja! Kannst du spielen? Nein! Oh! Wunderschön! Okay! Einmal noch die Kette! Oh! Es war zu... Warum? Es war leider nicht tief genug! Mach nicht mehr! Ich... Fortsch hospital! Siehst du, Lass! Ich bin jetzt... viel Melding! Aufmerksam! Wann gehts! Oh, wer? Oh, wer? Oh, wer! Oh! Oh! Oh, wie? Nee, das bringt hier alles nichts. Ah, okay. Ich hab das Gefühl, dass ich wieder mitten auf irgendeiner krassen Nebenmission bin, wo ich eine Stunde lang verbringe und gar nicht die Zeit hatte, drüber nachzudenken, ob das es ist, was ich eigentlich will, weil wir sind ja auch in einer ganz anderen Suche, aber irgendwie hat sich das jetzt ergeben und ich mein, warum nicht, ne? Mann, da kommt manchmal in der Bewegung einfach nicht dazu, das Schildrichter zu benutzen. Mann, da kommt man in der Bewegung einfach nicht dazu. Krieg, gegen mich! Mann, ich habe mich in der nächsten Position gesehen, wo ich mich nicht aufwachen habe. Mann, da kommt man in der Bewegung! Mann, Mann, Mann! Was soll ich denn tun? Kannst du nicht mal mit so einem Standard-Gegner klarkommen? Der war nur nicht mal besonders. Der hatte nur nicht mal eine eigene Energieleiste. Der war einfach nur Standard. Hm. Noch höher? Nee. Nein, nein. Du hast natürlich recht. Er spricht für's Spiel, wenn Zeitquests nicht nur Sammelquests sind. Ich hasse Sammelquests. Das ist schon richtig. Nur, wie gesagt, ich habe da jetzt gar nicht mit gerechnet, dass wir jetzt hier wieder in so ein Abenteuer reingezogen werden. Das ging leicht. Einer geht. Aber es wird echt schwer, sobald da drei oder vier von allen Seiten kommen. Die haben so dicke Energiebalken. Ich weiß nicht. Dieses nicht genug gelevelt stimmt natürlich scheinbar. Aber ich habe doch die ganze Zeit auch Kram gemacht. Ich habe immer alles eingesammelt. Ich habe immer alle Kisten geholt. Ich habe immer alle Nebenmissionen, wenn sie sich geboten haben, gemacht. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist zu sagen, Okay, ich nehme jetzt fünf Stunden meiner Zeit und mache nur Nebenmissionen. Naja, ich habe zwei Stunden lang Nebenmissionen gemacht. Das war auch nicht schlecht. Aber es ist schon, ähm, man merkt den Powerqueen. Es ist aber vielleicht auch, ich will es gar nicht so sagen, es kann auch gut daran liegen, dass ich einfach zu wenig Deckung benutze oder so. Oder irgendwas grundlegend immer noch falsch mache. Ich weiß es auch nicht genau. Du weißt es nicht, Blubber. Siegerin hat mir gesagt, dass ihr König eine große Treasur hat, die mit den Spanien von ihrer Familie. Vielleicht hält diese Treasur ein paar von diesen Treasuren. Ist das alles, was sie dir gesagt hat, Mami? Hat sie gesagt, woher? Nein, nur, dass sie es hidden haben. Ja, aber wer interessiert sich denn hier, Schätze? Wahrscheinlich nicht mal. Halt einfach niemand. Ah, so, Moment. Ah, das geht nicht. Ja, da ist einfach, einfach alles im Weg. Wer hat denn den Kran hingebaut? Dieser Kranplatz ist ganz sicher nicht verdichtet. Hm. Ach, da. Ach, da. Und dann vielleicht? Machen wir gleich. Aber die Kiste ist erst mal wichtiger. Okay, wir haben einen Runenangriff. Aber ich habe so viele davon. Ach, das ist der schwere Runenangriff. Endlich habe ich einen. Äh, wie benutze ich den? Äh. Werde ich schon rausfinden. Äh, da. Auch nicht nur der. Auch nicht. Wir finden es raus. Ja, man findet ständig die Hälfte von etwas. Und da wir hier noch weiter suchen, denke ich, wir werden uns das auch noch holen. Den zweiten Teil des Schlüssels. Und dann öffnet der ja aber auch nochmal ein Level. Das ist einfach ein verdammt großes Spiel. Das ist einfach ein verdammt großes Spiel. Das ist einfach ein verdammt großes Spiel. Und hier bringt gar nichts. Die Waffe hier. Ja, ich hör jetzt auf. Ich mach das, äh, morgen spiele ich weiter. Ihr werdet mich morgen auch irgendwann mittags, nachmittags hier finden. und da werde ich mich immer noch über diese verfickte Nebenmission aufregen das ist ganz offensichtlich jetzt gerade hier eine der schwereren Aufgaben für mich versuche trotzdem hier morgen einfach durchzukommen und dann ist ja die Aufgabe klar erstmal hier diese Nebenmissionen und dann mal gucken dass wir uns einmal richtig ausstatten ich habe das Gefühl, dass ich das zu sehr habe schleifen lassen ich habe überhaupt gar keine Mitte, ich nehme halt so diesmal das und es hat bisher wunderbar funktioniert aber es hat bis jetzt komme ich langsam so an die Grenze, dass es einfach auch beim Kämpfen nicht immer funktioniert ich glaube ich muss mich dann einfach mal einspielen auf bestimmte Dinge, bestimmte Movesets und auch natürlich dann die Waffen und die Rüstung aufeinander abstimmen und auf mein Spielstil das alles muss ich dann machen das werde ich morgen machen, heute habe ich offen gesagt sowas von kein Bock mehr richtig pisst aber das Spiel kann nichts dafür, es ist ein gutes Spiel alles gut spielt, du kannst nichts dafür alles gut aber trotzdem Hass, der Hass ist real danke an CNH, CKR Cups94 hoher Protektor Commander Fatsch und all die anderen die abonniert haben die Frage ist wo soll ich euch hinschicken schnell bevor die Werbung kommt sagt es mir und dann kriegt ihr von mir nochmal schön ein schicker nein es ist kein Aufgeben es ist taktisches Warten Schlafen bis morgen ähm okay gucken wir doch mal ähm ähm Games done quick warum nicht mal Games done quick guckt euch doch mal ein bisschen Games done quick an könnt ihr jetzt reingucken oder auch nicht ähm aber es war auf jeden Fall schön dass ihr da wart und ich freue mich wenn wir dann morgen wieder wieder hier spielen oh ist leider schon zu spät Leute für weitere Tipps wo wir hingehen könnten aber ist ja eh nicht viel los heute also dann schicke ich euch mal rüber und wir sehen uns morgen viel Spaß und ähm lasst die Axt immer schön geschärft und wir haben dann morgen zusammen noch mehr Spaß mit Kratos und seinen Freunden bis dann okay damit sind wir auch hier am Ende ich glaube das wird jetzt auch das Ende des Videos sein äh hier wird jetzt nicht mehr viel passieren in diesem Video meine ich weil ich einfach äh heute für heute Abend zu kaputt bin ich habe aber auch heute wieder einige Stunden gemacht trotzdem bin ich ein bisschen traurig wie das jetzt geendet ist ich hoffe dass wir da noch äh uns besser ähm ins Spiel wieder reinfinden und ein bisschen mehr ähm auch ja die Taktik dahinter auch wieder entdecken das war jetzt einfach vielleicht zu viel gemetzelt vielleicht habe ich mich einfach zu sicher gefühlt ähm aber ich muss sagen also Freya ist aber auch jetzt dafür dass du also ganz schön lame ganz schön lame ab und zu mal ein Pfeil da hat mein Sohn aber dreimal so viel abgefeuert und der hat nebenbei noch lustige Sprüche gehabt aber gut musst du selbst wissen ist ja dein Spiel ähm ja tschüss lasst gerne mal ein Abo da Daumen hoch kommentieren all das hilft mir ich bedanke mich und wir sehen uns dann beim nächsten Video jeden Tag ein Video auf meinem Kanal bis dann tschüss so da ist das tschüss Mann ist der Stuhl glatt Stuhl? Ja Was für ein Stuhl dachten Sie? Mann ist der Stuhl glatt Jawohl Oh so zum Sitzen Das ist der Stuhl Stuhl? Alles was ich wollte war ein verfluchter Geldstuhl Mann ist der Stuhl glatt Jawohl Ich sag Stuhl Ich zum Sitzen darf ich sag Stuhl